Ich hab alles reingemacht. Moin, 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 moin. Hallo, jollo, was geht, was geht ab hier? Ich bin mittlerweile schon durch. Wir gehen rein im Fassmo und wir sehen gleich alle durch, weil es alles neu und so. Ja, wir haben einen neuen Job. Und wir sind neu. Wir sind neu, es ist neu, alles neu. Und neu. Und übrigens alles ist neu. Guckt mal hier, es ist alles neu. Das ist neu. Und das ist auch neu hier. Und das hier ist auch neu übrigens. Das ist neu. Ja, und deine Mülle kannst du jetzt auch freuen. Das ist neu. Das ist übrigens auch alles neu hier. Guckt mal, das ist neu. Alles neu übrigens, alles neu. Jetzt aber wirklich. Letztes Mal war nicht alles neu. Jetzt ist alles neu. Wenn du mit deiner besten Freundin im Club bist und die 80er... Yeah! Yeah! Ich will immer noch springen hier im Spiel, sag ich so, wie es ist. So, reicht jetzt auch mit Musik. Und kommt bald. Mhm, okay. Äh, ja, wir wollen jetzt neu rein. Und wir wollen wahrscheinlich das Farmhaus begutachten, weil es... Oh mein Gott! Was ist das denn? Was ist denn? Was ist das? Fuck. Also eins ist der Shop. Dann ist das, was man hat. Dann ist Schnellloads, äh, was man dann in den Van reinschmeißen kann. Oder wie? Was denn? Dieses Schnellload-out ist für den Van, oder wie? Ja, genau. Da gehst du rauf und dann kannst du hier so einen Slot aussuchen. Den kannst du selber so einstellen, wie du was haben möchtest. Wenn du beispielsweise jetzt sagst, okay, ich habe jetzt nur die Zünder, dann machst du nur die Zünder rein oder so einen Scheiß. Ähm. Und dann kannst du, so wie ich jetzt hier in der Stufe, in der Tabellostufe, kannst du ja 1, 2, 3 Kästchen auswählen. Mhm. Und ich habe jetzt überall das Letzte, weil das ist das Höchste, was du ja hochgestuft hast, von den ganzen Videokamera und V-Licht und so. Genau. Und da habe ich ja noch einige im Schloss vor. Da habe ich jetzt alles das Letzte ausgewählt. Und dann gehst du einfach unten auf Aktivieren oder Deaktivieren. Und dann ist das ein Van drin. Und ganz oben gehst du auf den Shop, da gehst du einfach rauf auf irgendwas. Aber nicht auf den, nicht links rauf, sondern auf das, ja, Symbol quasi von dem Buch quasi. Und dann kaufst du es. Mhm. Dann gehst du rechts auf den Kaufen und Verkaufen. Und dann gehst du es auf links. Hallo, hört man mich? Äh, ganz oben rechts siehst du das, was für Dollar du hast und wie viele du hast. Also ich habe jetzt Bücher, habe ich jetzt 22. Hallo. Ist eigentlich einfacher, finde ich. Hört man mich? Ja. Ja. Ich finde, dass es kann sogar Robert versteht. Hallo, hört man mich? Ja. Ja, sag doch was. Ich dachte immer, man hört mich nicht. Ja, äh, äh, ja, ist alles neu, ne? Ja. Ja. Ist alles neu, ja. So. Was ist denn mit dem Blackstar? Es lädt noch. Aha. Sehr gut. Wollen wir sonst eine Proberunde machen? Ja. Äh, 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 äh. Hä, warum denn? Es ist wirklich eine Schlange, oder? Wollte nicht. Ich weiß nicht, wie lange es bei der Plätschicht dauert. Ah, jetzt ist es fertig. Schatz, es ist fertig. Geil! Also, jetzt hat es lange gedauert. Ja, ist es das kleine Farmhaus oder das große? Das ist die Frage. Ja, das weiß ich nicht. Ich, keine Ahnung. Ähm. Das ist, ehrlich gesagt, sehe ich auch nicht, dass es jetzt geendet werden, was da sollte. Wo kann man das nochmal sehen bei Steam? Übrigens, die Wochenaufgabe ist diesmal, ist diesmal Strom ist komplett aus, also es gibt kein Licht an. Das ist die Wochenaufgabe dieses Mal. Was? Dieses Mal. Was? Die Wochenaufgabe ist kein Strom. Überhaupt kein Strom. Kann mir nicht anschalten. Aha, okay. Mhm. Aber in, in ein Kleinhaus, in dem, äh, Red... Ach Gott. Red Reel Count. Keine Ahnung, wie man das ausschließt. Ja, wir können ja jetzt erstmal so spielen und erstmal gucken und so. Erstmal wollen wir sowieso die neue Map gut achten. So. Ich bin auch live. Hallo. Hallo, Steady. Hallo. Ohne Ankündigung. Geil! Coole Sache. Ich weiß ehrlich gesagt nicht welche Map. Ja, wir können ja einfach, wir können ja einfach mal reinklicken, gucken, und wenn wir merken, dass es was anders ist, dann gehen wir halt wieder raus und gehen in der anderen. Ich glaube, es ist Refton-Farm raus. Ja, das habe ich ja schon aktiviert. Ja, ich glaube, das war das. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Bist du dir sicher? Ne. Geil. Warum? Weiß ich das nicht. Also, hier steht Shop Update. Hier steht nochmal alles wegen dem Shop. Ja. Welches Farmhaus ist es? Alles neu. Ja. 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 Geil. Auch anders. Geil. Ähm. Ach, das kommt nachher. Du kannst nachher dich sogar ändern. Ja, ja. Das ist das mit der App Bekleidung da unten, ne? Genau. Was ist das? Ja, Kleiderhaken da unten. Das kommt bald, steht da. Ja. Bist. Changes. Ähm. Gib uns ein Zeichen. Ja, no longer. Okay. Äh. 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 Ich hab. Zehn die. Geisterbilder nicht mehr bei den Dots. Oha. Okay. Dann können wir gleich mal ausprobieren. Genau. Aber es gibt doch einen Geist, wo du die Dots nur dann fotografieren. Ach ne. Du siehst die Dots ja nur dann, äh. Bei dem. Ja gut, okay. Dann geht's halt bloß in-game. Nicht mehr mit den Dots, ne? Also einen Geist kannst du ja nur sehen in der Kamera mit den Dots, ne? Irgendeiner von denen. Ich weiß jetzt nicht welcher, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Fix es. Ähm. Vorher wird gefixt. Test, test, test. 1, 2, 3. No break. Und hef. Sanity. Ah, okay. Das Orisha-Bread. Brett. Brett. Brett Pitt, Junge. Das Orisha-Bread, ähm, geht kaputt, wenn nicht genug Sanity da ist. Okay. Einfach so? Wenn man es, also wenn man es so oft benutzt, bis die Sanity auf Null ist, geht's kaputt. Was denn? Genau. Okay. Das Orisha-Bread, äh, das Orisha-Bread geht kaputt, wenn deine Sanity zu wenig ist. Geil. Ah, okay. Das ist auch eine gute Info. Hol mir mal ein Energy. Ich hab den Ghost-Grasen geholfen. Tanglewood, ah, Tanglewood Living Room, wurde gefixt. Dots Ghost. And now walk currently in your same room as the Ghost. Okay. Ghost, genau. Wo siehst du das? Oh, Telephones. Äh, bei, bei Steam. Und dann ist die neueste Update. Kannst du raufklicken und dann siehst du, was gemacht wurde. Ah, ja. Geil. Dämlich. The Grandfather Clock goes and the action now works correctly. Also wir haben einige, ähm, Sachen halt nur gefixt, ne? Dass die halt jetzt mit Telefonen agieren können, dass man auch, äh, dass sie, man auch wirklich dort sieht. Egal wo du es wo hinlegst, ähm, dass es nicht direkt dort hinlegen muss. The sound sensor of my text is now translated for non-English languages. Okay. You can now... Okay, mit Gamepad. The Sunny Meadows sticker will now show during single-player. Okay. New sticker. You can no longer back out of the new Gamepad. Achso, Gamepad. You can no longer... New new left. That's good. I don't know what you know. Okay. Das, ähm, der Spiegel zerbricht auch, wenn du weniger als 20% Sanity hast. Und das andere ist auch wie der Gamepad. Das andere ist VR. Hier steht nichts von der, von der Map. Debbie? Dein Statement? Ja, doch. Sollte mal. Mhm. Au. Ja, wie sollte. Au. Jetzt hat er doch Franzi dann auch noch gesehen gehabt, oder nicht? Au. Der Stand kommt irgendwann. Nicht direkt. Ah! Aha! Hier steht irgendwo... Hier, what's coming next? Also, ne, was kommt bald? Und da war auch hier... ...ne neue Map. Point Hope. Aber es sollte doch auf so ein Punkt kommen jetzt. Farmhouse... Wurde nochmal neu gemacht. Also wird bald neu gemacht. Aber ist noch nicht. Und dieser komische Punkt, wenn du Gegenstände anfassen möchtest, dass das die Lampe, wenn du auf der Lampe zeigst, dieses Lampenzeichen nicht mehr weißblatt, sondern rot wird. Und... Ja, hier steht überall real soon. Also bald. Ist jetzt nicht. Kommt noch. Na, Steffi. Was? Was hast du so für eine Verteidigung zu sagen? Das sind auch nur Probebilder dann hier, die hier zu sehen sind. Und jetzt kam erst mal der Shop. Und ein paar Fixes. Alles gefixt. Gar kein Problem. Und sendet die Screen im Truck. Main-Menü-Sticker gibt's auch wieder neu. Na gut. Hm. Ich hab schon 188 Stunden bespielt. Geil! Hm. Ich habe... Keine Ahnung, wo seh ich das? Bei Steam. 206 Stunden. Steam hab ich jetzt nicht mehr offen. Ja, ran am Steam. Kick. Basmo. 189 Stunden. Oha. Ja. Aus den meisten Spielstunden. Anscheinend, weil ich ja auch mit Becky auch noch gespielt hab und sowas. Mhm. Und trotzdem am unentfahrensten. Das sagst du. Das sag ich. Sag ich! Saga! Ja, wir... Ja. Dann lass uns mal rein. Kommt gleich. Achso. Stimmt ja. Wir warten ja auf Leon. Stimmt. Schon wieder ganz vergessen. Mhm. Lol! Gibt's dir noch irgendwas Neues? Nee. Ja. Ich trinke jetzt zum Beispiel einen Energy. Das ist auch ganz neu. Oh, super. Krass, ne? Wir ziehen wahrscheinlich in der Vierraumwohnung. Oh, echt? Ja. Unsere Nachbarn unten ausgezogen. Im ersten Stock. Das ist eine Vierraum. Und die ist auch renoviert geworden vor zwei Jahren. Mhm. Wäre größer. Ein Katzenzimmer. Ein Gamingzimmer. Und ist halt nicht mehr so hoch, ne? Und zwei Balkons. Oh. Aha. Aha. Klar, okay. Irgendwie zahlen wir ein bisschen mehr Miete. Äh, ja. Normal, ne? Aber dafür haben wir mindestens einen Raum mehr. Für Gäste und so. Und hauptsächlich würde ich die eigentlich für Katzen benutzen, ehrlich gesagt. Würde ich ein geiles Katzenzimmer fertig machen. Mit Katzenklonen allen drum und dran. Mhm. Mhm. Naja, meine Meinung kennst du ja. Mit Gästen ist relativ. Und halt, ähm, ne, Couch oder sowas reinstellen für Gäste halt, die nicht auch mal schlafen können. Ja. Überlegen noch. Abwiss machen wissen wir nicht. Hier gibt's übrigens auch schöne Vierraumwohnungen. Ja, aber kein Wald. Doch, gibt es. Du musst nur ein bisschen weiter gehen. Mhm. Mhm. Wir haben einen Wald. Hä, wie machst du das? Hä? Du sheetest doch schon wieder, ne? Heimlich. Ja. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Was hat sie gemacht? Ich bin hier raufgekommen. Sie ist am sheeten wieder. Oh, ich klaff es nicht. Mann, wie machst du das? Hey, Mann! Du musst dabei, äh, Schwung holen. Schwung holen? Du musst laufen. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Nein, das geht nicht. Dann atme ich die ganze Zeit. Ich bin immer außer Puste, weil ich zehn Meter gelaufen bin. Ich komm hier nicht hoch. Ja, alles klar. Cheater! Cheater! Schaffst du wirklich nicht, ne? Hä? Wie kannst du da hinten stehen? In der Luft! Ich stehe hier auf dem roten, quasi. Bei uns stehst du in der Luft. Ja, du stehst bei uns in der Luft. Ja. Du stehst jetzt quasi neben der Tür vom Van. Ja. In der Luft. In der Luft. Hä? Ich will das aufgehören. Du musst halt laufen dabei und immer hin und her mit der Maus. Wow. Was für ein toller Tipp. Ja. Immer da hingucken auf das Geländer. Hm? Cooler Tipp. Cooler Tipp. Cooler Tipp. Hey, original. Cooler Tipp. Und so hin und her. Links, rechts, links, rechts. Ah, scheiß drauf! Ich geb's auf. Dafür kann ich besser Sackwerfen spielen. Links, rechts, links, rechts. Laufen, auf das Geländer gucken. Fuck. 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 Easy one. Easy one. Ja, ey. Wieder festgeklebt, die Pins. Sehr gut. Ey, man. Was ist das denn? Das funktioniert nicht. Nein, funktioniert auch nicht. Die cheatet. Ich hab ja gesagt, die hat einen cheat-Mode an. Gott-Mode 1 hat sie. Oh, so. Die hat einen Lucken-Perk, die hat alles, weißt du. Gott-Mode. Gott-Mode. Ja. Eindeutig. Guck sie dir an. Guck mal, wie sie sich hier cheatet. Guck mal. Hier. Ja, hier. Hier hast du die Steine. Guck dir das an. In der Luft, ey. In der Luft. Guck mal, ihre Arme sind in der Wand jetzt drinnen. Wieder. Unglaublich. Ich mache hier gar nichts. Mh. 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 Ei verstehe. Was? Öl. Öl? Öl? Wer braucht Öl? Monster ist immer noch da, ne? Ja. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. So, wie sieht's aus? Äh, ja. Leon. Hätten wir doch schon ne Proberunde machen können. Ey, lass uns mal proben. Mh. 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 Das gibt's doch nicht. Nicht einmal getroffen. Das schaffst du auch nicht mehr, ne? Da war doch ne Zeit. Ich hab davor auch wieder länger gebraucht. Ja, Sheet-Mode ist wieder deaktiviert. Ach so. Wie soll's die Cam nicht an? Weil ich kacke aussehe. Hä, lol. Kann man sowas sagen? Hä? Du kommst auch keine Cam. Hä? Bei mir war die Cam noch nie an. Ja, warum nicht? Ja, aber hä? Weil du so schön jetzt die Cam endlich eingerichtet hattest? Da dachte man, jetzt bleibt die Cam bestimmt immer an. Echt? Wirklich? Ja. Aber wenn du kacke ausziehst, siehst du trotzdem wunderschön aus. Hä? Das ist widerspricht gerade. Kacke, aber wunderschön. Ach so. Ah, Sheet-Mode funktioniert nicht mehr so. Mist, aber auch. An Apo ist abgelaufen, ne? Ja, ist echt so. Guck mal, jetzt geht's dir nochmal. Ich mach das so lange, bis das wieder klappt hier. Ja, jetzt Apo vorsichtig Klichter kaufen, ne? Und dann geht's wieder. Ja. Ja, Apo rette alle Echte. Wozu brauchst du das denn? Ah! Ah! Ah. Weil der eine schief ist modern. Ah! Ah, wenn man den richtigen Winkel hat, dann funktionieren jetzt auch zwei Stück. Aha, ich heiß. Ja, dann kommen wir erst noch. Ihr stellt euch davor. Nee. Hier. Auf den Strich. Auf den Strich. Okay, nicht in die Hocke. Das ist der Cheat-Modus, sagst du. Oh mein Gott. Aber der Pär ist fünft. Äh. Wie komme ich jetzt hier um die Ecke rum? Hier rumgehen. Ganz vorsichtig. Oha. Hier ist er an. Oha. Cheat-Modus an. Ich bin runtergefallen. Hier musst du ganz dicht an der Wand. Bin ich oben oder bin ich runtergefallen? Ach, nee. Bist runter. Ich bin runtergefallen. Ich weiß nicht, wo das Ö ist. Ja, wenn du die Kamera, äh, wenn die Kopfhörer auffasst, weißt du es nicht. Nein! Oha. Ach. Ah, guck mal, hallo. Ich schwebe. Wuhu. 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 Ohne festzuhalten. Ich bin auch... Entschiedet ihr alle. Wie kommt man jetzt da rüber? Ja, das ist schwer. Wie? Dann musst du ganz dicht an der Wand lang. Ich bin ganz dicht an der Wand. Jetzt bin ich wieder unten, ne? Äh, macht ja gar keinen Sinn. Dicht an der Wand kann ich gar nicht sein. Aber das funktioniert schon mal. Oh nein. Nein! Oh, ich bin ja auch runtergefallen. Wie crazy. Das ist ein Spielzeug jetzt. Nein! Oh! Äh. Was will Leon denn jetzt beim Spielen mit Öl? Nein! Oh! Ich muss ja am Ölbohr-Spiel denken von Tino damals. Weißt du noch, Steffi? Hm. Aha, du bist runtergefallen. Hey, lach mir nicht aus. Ah! Muss ganz dicht an die Wand gehen übrigens, ne? Ah! Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergeflogen. Ich sag dir, das ist der Sheep-Modus. Ganz dicht an die Wand gehen. Hey, man fällt immer runter. Das macht ja keinen Sinn. Dichter kann man doch gar nicht rangehen, hä? Was ist das? Was ist das für ein Tipp? Dicht an die Wand gehen, hä? Wo ist das? Wo ist das? Das ist jetzt einfach gemacht. Die Frage ist jetzt, wo ist das Öl? Hä? Wo ist das Öl? Geh, Horn! Wo ist das Öl? Wo ist das Öl? Nicht gefunden. So nicht. Hä? Wofür braucht er denn Öl? Will er noch einen Ölwechsel machen mit dem Auto? Der PC ist so laut und er wollte das ein bisschen ölen. Ach so, die Lüfter. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Er sitzt jetzt auf seinem Platz. Er kommt gleich. Sehr geil. Ja. Hey, Mann! So geht das jetzt nicht mehr. Dacke. Du musst dich direkt davor stellen. Hässe ich doch. Ich glaube mal, ja. Das sind immer die Leute, die schon wissen, wie es geht, ne? Nee, ich meine dich. Hä? Warum? Ja, weiß ich doch. Ja, mach doch, wenn du es weißt. Hä? Mach ich doch. Ja, sieht mal. Hey, Mann! Das geht nicht mehr. Ach so. Tieten-Modus ist wieder aus. Ach, jetzt. Ich habe so süße Sachen für Nele, ne? Für den Sommer. Ich hoffe, du hast schon eine Nummer größer gekauft. Nele wächst noch. Ja, für den Alter. Also, ich habe jetzt schon zwei Kleider. Ne, ein, ne, ein, 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 ein Jogginganzug und, und ein Kleid und, und ein Täschchen und, und das sieht so süß aus. Ja, die ist runtergefallen. Im Krebsbaum. Kann ja mal passieren, ne? Wieso machst du dich darüber lustig? Und ich in den Schubladen? Ich bin gleich wieder da. Düm, 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 düm. Düm, 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 düm. Ich wollte nur sagen, wir sind eine halbe Stunde lang und haben noch nichts getan. Düm, 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 düm. Düm, 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 düm Du 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 wunderbar hallo test 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 ja wir nicht sehr gut okay warte mal ich sprich gleich warte mal äh nee nicht mehr so ja okay gut du schockerlacka scho koh lade scho koh lade Schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck-schöck schokolade eine schokolade ist egal jetzt ich muss damit jetzt klar man hört das aber nicht doch ich höchst wir uns nicht setzt kopfhörer auf dann hört es nicht von der tdi aber das ist richtig nervig also also der tdi hört sich geil an aber nicht das hier das ist egal jetzt geil wir sind jetzt übrigens schon eine halbe stunde live und haben noch nichts gemacht schon mal gesagt das wollte ich leon nummer sagen ja stell doch mal. kill mal deine base hey wollte nicht rot nehmen. ich hab rot genommen. was wollen das? einfach mal den treff. so äh anfangen und so. sag dir leon den zugangscode noch. 0 zu 5 7 3 9 3. 0 zu 5. du hast 0 zu 5 gesagt. 0 zu 5 für franziska. genau. für franziska. wir sind alle noch nicht bereit. ach so. mhm. wir haben die herausforderung nicht. wir haben die herausforderung nicht. ich hab grad bei sie prozent geladen. ach wie cool. oh die sanity sieht anders aus. ich hab ne andere. ich bin orange. ich will orange sein. was soll das? ich bin ja wohl der orange von uns. maus petal auch ne andere farbe. mhm. aber ich denke das kann man ändern die farben. ich weiß es nicht. warum weißt du es nicht? warum weißt du es nicht? warum weißt du es nicht? doch jetzt. green. warum weißt du es nicht? was nehm ich dann? ich nehm im emf. oh das ding ist anders. der mauszeiger ist anders. ist jetzt ne hand. ja. ja. mhm. ist mir auch schon aufgefallen. glaub ich dir nicht. doch. wirklich. kennt ihr von aldi die kleinen mini täfischen? ja. wir sind alleine im van. wo sind alle hin? ja. wir sind abgehauen. bieten nämlich was? rechtsklick. oh ne e ne? äh ich weiß es gar nicht. mit e. mit e ja. mit e. drück e. eee. mit e- was brauchen wir noch? Was ist das hier? nimm irgendwas mit. ein. ein versteck. welche schwierigkeit diese große eleportale? roffi. roffi. juhu. schokolaste. schoko schoko schoko. yo ko la porte. Bist du auch drinnen? Hat jemand eine Tür aufgemacht? Oh, fünf. Fünf. Bei mir oben. Oben. Jetzt ist es sofort weggegangen. Ist irgendwo eine Knochen vielleicht? Aber er mal fünf könnte schon mal eintragen. Er mal fünf aus der Jode. Wir haben den Spiegel. Ja, Journal. Oh, Spiegel, geil. Beweise. Ah, geil. Spiegel. Spiegel, alles geht zurück. Passt auf, wegen der Sanity, ne? Das zerbricht. Also ich hatte ganz kurz eher mal fünf. Ich weiß nicht, ob das hier oben ist. Das zählt. Ich habe den... Knochen? Stromkasten noch nicht gefunden. Der muss oben sein. Dann ist er auf dem Dachboden. Nee, hier ist nichts. Hier gibt es keinen Dachboden. Ach stimmt, ja. Das war das andere Farmhaus. Hier ist nichts mehr. Und atmen? Oder geht das? Man hört sich nicht atmen. Alles gut. Das ist gut. Aber mich hört man atmen. Wir haben hier sie in den Park. Ah, ich habe den Knochen gefunden. Siehst du? Perfekt. Aber kein Stromkasten. Leck. Ja, du hast ihn richtig gelegt. Vielleicht war es ja auch unter mir. Oh, hallo, Tryhard. Also Marx. Hallo. Abend. Willst du mitspielen? Nein. Du bleibst jetzt drin. Vornehmung, vierten Mann. Mein Trecker wird kalt. Der Motor. Trecker? Ja, Leon spielt noch Farming Simulator. Auf dem Server noch? Oder in anderen? Nee, in seinen Server. Ich bin seit Ewigkeiten mal wieder reingespielt. Ja, irgendwann können wir das dann nochmal probieren. Ja. Aber da wird aber nicht geteilt. Hä? Hier soll es sein, ja? Unten? Wo ist der Spiegel eigentlich? Unten links. Ich will mal ein Foto machen. Der war doch drin! Unten links? Der war nicht oben. Ich bin hier, ja. Nein, nicht der Geist, sondern in der Stromkasten. Schon quickie, wie das Bild hier hängt, ne? Wie die das an. Wo war das jetzt, im Bad? Drei Jüngst hatten sie. Nein, wir haben einen Dachboden. Das ist nicht der Dachboden. Wo denn? Ganz hinten? So eine Abstellkamera. Ach, hier, okay. Boah, leck. Wo seid ihr denn alle? Habt ihr, äh, EMF3? EMF3? Ah, hier. Ich hab ein Buch. Wie dropp ich das? Hallo, Nico. G? Ja. Oder F? Ich hab mal einen eigenen Chat. Ich mach das automatisch, ich kann's dir nicht sagen. Das Buch ist jetzt aber zu. Mit F links? Nee, du musst F. Hinhocken und F drücken. Ich hab hier Ateren. Ja. Wo ist der Spiegel? Ich wollte ihn mal fotografieren. Unten im Flur. Unten im Flur. Oh mein Gott. Was ist der Event? Leon. Event, ja. Leon. Moment, da. Ach, da. Ach, der hängt an der Wand. Ja, wo soll er sonst hängen? Du hast einen Spiegel, ne? Ja, ja, aus dem Spiegel. EMF4? Er hat mehr fünf Arme ja sowieso schon gehabt. Ja. Wo bist du? Bist du hier? Was musste man drücken, um in Game zu reden? V. V. V? Ja, V. Haben wir schon eine Kamera? Nee, ne? Gib uns ein Zeichen. Nein. Schreibe ins Buch. Bist du hier? Außer massive Lecks ist nicht zu vernehmen. Es leckt auch nur bei dir. Ich lege mich vielleicht auch daran, weil mein Lüfter gerade heiß läuft. Wo bist du? Gib uns einen Zeichen. Also, ist ja noch ein alter Landwirt. Ja, ja, davon kannst du ihn nicht abbringen, tatsächlich. Gib uns ein Zeichen. Bestes Spiel. Mit Mods richtig geil. Mit Mods? Schäm dich. Nein. Wir haben, äh, wir haben Arme. Buch? Buch geschrieben. Oh, etwas geschmissen. Er hat etwas ins Buch geschrieben und das Buch, was ich mitgebracht habe. Ich bin der MVP hier. Er ist gestartet. Er ist nur gestartet. Alles gut. Bilder. 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 Schade. Bilder machen. Wie Leon sich immer erschreckt. Er sollte mal Camp anmachen. Ja, ist so. Ich sehe zu gut aus für die Campen. Also, es kann noch, ähm, Ultraviolett, Gefrier, Dots kann es nicht mehr sein, Hobbes kann es nicht mehr sein. Ist nur ein Event. Ist nur ein Event. Ist nur ein Event. Da steht sie. Da steht sie. Mach mal Foto. Bild, 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 Bild. Hab ich. Hab ihn angeleuchtet. Hast du Foto gemacht? Haben wir eine Box? Foto von, von, von Buch. Box liegt, hab ich in der Hand, ja. Aber da, antwortet er keine. Er ist gestartet. Er ist gestartet. Ist er, hast du Foto? Bist du hier? Hast du Foto von Buch und von, äh, Kutsi? Los, hab mit raus. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Warum? Weil sie mit ihm redet. Bist du hier? Ringe, Range, Reihen. Bist du Böse? Gib uns ein Zeichen. Elizabeth. Was sagt denn Temperatur? Also, wir hatte, ich hatte Atem da drin. Ja, habt ihr Temperaturen hier drin liegen? Ich geh mal holen. Sanity nehmen bitte, Leute. Robert und, äh, Leon. Wie hieß er nochmal? Kennt sie denn? Das hat acht Jahre länger. Hier steht Lefrand. Deswegen war das eben sehr verwirrend. Wo bist du? Steffi, Steffi, du auch. Du hast nur noch vier, drei, Prozent, ein Prozent. Äh, was wollte ich mitnehmen? Am besten nenne ich alle Sanity nehmen. Es ist dunkel. Und was sieht hier jetzt anders aus? Alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Die Sanity-Ansicht hier ist anders. Hast du schon alles erledigt? Ein bisschen bunter. Ich geh mal wieder rein, ne? Ich bin immer mutig. Der Shop ist anders. Inge, Range, Reihen. Wie meint das denn? E. Oh, Hand. E und dann Rechts-Click. Ne, kein Hand. Hier. Wann und Event, Robin. Ja. Du, ey. Ihr wisst selber nicht, was man drücken muss. Er ist gestartet. Hä? Digga, ey. Jetzt wird dieses Ding weggeschmissen. Vorne hat man noch drei Tasten, um Sachen zu greifen. E, F, G, Digga. Ihr seid doch alle los. Ich glaube... Ja, ich kann mir den Pillen nicht nehmen. Ich glaube, ich würde verrecken. Ich glaube nicht, dass wir... Hey, ich habe Pillen in der Hand. Ja, dann musst du Rechts-Click drücken. Jetzt habe ich es weggeschmissen. Nein, nein, Rechts-Click. Nein, du hast sie genommen. Du hast sie genommen. Wenn das Geräusch kommt, wenn man Pillen schüttelt, dann hast du sie genommen. Ja, es geht hoch. Also, wir haben keine Gefriertemperaturen. Es zieht aber ordentlich Sanity, ne? Du bist rein, da hattest du 30. Jetzt hast du nur noch 16. Hand. Was müssen wir noch machen jetzt? Ja, Hand. Ja, wir wissen immer noch nicht, wer es ist. Ach so, warum nicht? Weil du es noch nicht rausgekriegt hast. Wie geht es euch, fragt Max. Stabil geht es uns. Stabil. Er hantet immer noch. Ja, sonst, ne, alles gut. Lele wird wohl wieder krank. Mhm. Das ist typisch. Ich nehme mal so einen Mobit mit. Was macht das? Das nimmt auf, äh... Wenn der sich meldet. Geräusche und so. Zum Beispiel, da oben steht. Offline. Und wenn du es reinstellst, dann müsste es eigentlich funktionieren. Okay, ist vorbei übrigens, ne? Ja, ich komme raus. Essen zu sagen. Das musst du nehmen, weil ich sagen. Hand. Nee, Event. Nein, alles gut. Von Event. Ich habe gerade mal ausgeräuchert. Was ist denn nun los? Ich habe ausgeräuchert, er ist immer noch aktiv. Hä, lol. Mann, der Sanity ist schon wieder auf Null. Leute. So, jetzt muss die Frage, E, F oder G? F. So, es reicht an. Ich gebe raus, tschüss. Wo ist denn das Thermometer? Hier vorne. Was ist vorne? Ich habe schon geholt. Hat Robert vorne ran? Zwei Grad. Naja, ich habe es eben gemessen. Es gibt keine Minustemperaturen. 1,4. Nee, nee, da passiert nichts. Zwei. Hand. Nee. Nee? Nee, keine. Das sah so aus. Das sah so aus gerade. Und, ähm, Fingerabdruck-Dingsbums, ist das auch hier? Oh ja, Fingerabdrücke haben wir noch nicht geguckt. Ist das überhaupt noch möglich? Ach so, ja, ich habe UV-Licht, also ich kann da mal reingehen. Ja, Fingerabdrücke wären Meiling. Willst du noch das Ding hier mitnehmen? Ich tue es noch mit. Wir brauchen eigentlich nichts weiter. Das Radio? Nee, haben wir schon. Alter, wir haben alle wieder Nullen, ne? Aus der Lepra. Also ich glaube, ähm, das ist ein Spirit. Wie wirklich gesund. Ich glaube, ein Spirit wird das nicht sein. Also man kann sich, ähm, darauf einstellen, mit Kind bist du dauerkrank. Nicht nur das Kind, auch du. Ja, das ist aber auch wegen, äh, Kinderkrippe. Das ist normal. Hm. Nun wurde die so zu mir, oh, ich bin ja nicht die einzige Rabenmutter, die das Kind krank zur Krippe bringt. Und ich gucke so, der mir so, hä? Seit wann ist sie krank? Auf einmal läuft die Nase von ihr. Ich war so, deswegen ist sie auch krank, weil du dein Kind hierherbringst. Lol. Das ist ziemlich, äh, makaber irgendwie. Ist das ein Hand? Ich glaube, das ist ein Hand, ne? Ich glaube, das ist ein Hand. Das war ein Hand. Das war ein Hand, der jemand ist tot. Der ist tot? Ich bin tot. Okay. Easy. Also hat sich keiner bewegt. Ja, weil alle dachten, das wäre ein Event. Du kannst aber nach Fingerabdrücke bei der Tür gucken, Leon. Äh, das, die Kamera ist aus. Ja, Fingerabdrücke ich an der Tür. Echt? Nice, sehr geil. Schön. Futterapparat brauchen wir. Brauchen wir nicht, wir können gehen. Das ist ein Meiling, tschüss. Ich gehe gar nicht mehr rein. Obwohl, ich gehe rein, wenn ihr alle rausgeht. Weil ich nehme jetzt Sanity und mache ein Foto dann. Achso, es geht ja eh nicht. Die Sanity sind alle weg. Nee, ich habe, ich habe die letzte Pille genommen gerade. Ich habe nichts genommen. Wir haben keine Kamera mehr da, ne? Kamera steht nicht mehr. Aber ist ja eh egal. Es können ja keine, äh, Bops und Orbs mehr sein, ne? Hm, hm. Scheiße. Kameras sind weg. Bist du noch drin, ne? Ja, ich habe ein Foto gemacht von der scheiß Tür. Bist du jetzt tot? Äh, noch lauf ich. Ich sehe, wo du hinlufst. Was hat man doch eben gehört? Er ist an der Trappe. Er krabbelt runter. Er ist unten im Flur. Geht ins Wohnzimmer. Geht. In die Absperrkammer. Nee. Zurück. Wohnzimmer. Kommt in die Küche. Kommt genau auf dich zu. Was? Nein. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg? Ja. Komm raus. Ach. Ist das Steffi auf dem Bildschirm? Nee. Oder so eine Kopfkamera? Ich habe eine Kopfkamera, ja. Nee, ich habe keine. Ich habe gerade eine genommen. Ach, meinst du hier an den... ...links da? Oben? Ihhh! Alter! Die Funtheit! Danke. Gerne doch. So, dann können wir gehen. Habt ihr einen getragen, Meiling? Mhm. Ja. Ja. Hast du schon alles erledigt? Hm. Meiling! Du bist Feuer zu sein. Ich bin schon fertig. Minna! Geil! 1.222 in meine Tasche. Das war gut. Das hat... Wie viel? 1.222. Ich habe nur 300 gekriegt. Bist du auch gestorben. 1.222. Du loob. Aha! Warum stirbst du auch? Okay, jetzt können wir... Ey, da ist nichts passiert. Wir können jetzt übrigens die Hauptmission machen, ne? Ja. Mo, Momento. Übrigens, wir haben kein Licht. Oh, danke für dein Follow. Follow, follow, follow. Wie kann ich das denn ändern? Hast du Facecam an? Nee. Deswegen follow die auch. Oha! Crazy. Hallo, Porsche! Na? Ah, Miller hat mich gezwungen. Ich werde gezwungen von Miller. Das tut mir leid. Äh, Steffi? Ja? Änderst du das? Wegen Profi? Ja, ja. Bin grad dabei. Ich kann das nicht ändern. Ich auch nicht. Hatte schon. Aha. Ich kann bereit drücken, aber ich kann nicht. Ne, wir müssen jetzt die Map aussuchen. Äh, welche war das? Äh, ach schon. Wir haben keine Pillen und auch keinen Strom. Ne? Mhm. Also, ihr müsst nicht nach Strom gucken anmachen. Das bringt nämlich nix. Okay. Also alles dunkel, ja? Ja. Ja, es ist alles dunkel und keine Pillen. Das ist doch schön. Ja. Hast du das verstanden? Übrigens, es ist alles dunkel und es gibt auch keine Pillen. Kein Sanity und, ähm, kein Stromkasten. Also werden wir nicht herausfinden, ob der Geist mit dem Strom spielt. Genau. Also es kann schon mal kein Raichu sein. Ich wurde auch gezwungen mit Schläge. Oha. Lol. Davon distanzieren wir uns. Ich fahre mit der Peitsche, aber. Du musst ins Mic sprechen, wenn du mit mir sprichst. Hallo. Jetzt höre ich dich. Sehr gut. Du kannst es auch mit dir mitführen, ne? Deswegen ist es an so einem Abend dran. Bereit. Du gehst mal bereit. Hm? Bereit. Du bist bereit. Ja, ich muss gerade Skaini anstarrn. Ah, so. Weil sie so hübsch ist. Nee. Und du nicht fassen kannst, dass du diese Frau geheiratet hast. Ja, ich weiß auch nicht. Oh nein, die Kinder sind ab B gehauen. A, B gehauen. Oh nein. Man sieht ja gar nicht, ob man Sanity hat. Das ist ja furchtbar. Aber Sanitys haben wir trotzdem, oder? Es wird keine Sanity angezeigt, aber ich glaube, wir haben trotzdem Sanity. Ja, ist gut. Vielleicht haben wir doch Sanity. Bewegt doch deinen Mic nicht. Bewegt mal deinen Mic. Das Mikrofon. Bewegt dein Mikrofon nicht. Das mache ich eben mal vom Rapper. Wie dauert das heute bei mir so lange? Ich weiß es nicht. Hör dich ganz normal, auch wenn das Mic über Kopf ist. Danke. Richtig. Wir sind nach oben. Geil. Wir haben Sanity. Wir haben eine Flasche. Du siehst bloß nicht. Wir haben eine Flasche Sanity. Dann will killen wir es. Geil. Ist das geil. Digga. Nervt mich nicht. Was ist denn nun los? Ist wie ein Unfall. Man will nicht, aber man muss hingucken. Ach. Ja. Max, ne? Charmant. Der Monte, Junge. Geil. Ist der wohl genial, oder was? Du sollst spielen. Wo bist du? Seige dich. Seid ihr schon soweit? Boah, ich meine. Ja, nicht. Zeige dich. Was muss ich machen? Gib uns ein Zeichen. Den Geist rausfinden musst du. Wie denn? Oh mein Gott. Was ist das hier? Futterbarer? Ich nehme das hier mit. Ja, Leon spielt mit. Lebra ist Leon. Ja, das ist Spaß. Gib uns ein Zeichen. Er hat auch nicht schon geschrien. Wo bist du? Aufgeschreckt. Gib uns ein Zeichen. EMF im Keller? EMF im Keller? Ja. EMF Flur Keller. Also auf der Treppe. Hier liegt eine Gabel. Gib uns ein Zeichen. Ich bin so lost. Ich hatte zweimal UV-Licht. Ach, hier nichts. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Wo seid ihr im Keller? Ja. Hm. Keller, Treppe war es aber, ne? Wo bist du? Es war hier Keller, Treppe. Wie viel war es denn? Ungefähr zwei bis drei. Hm. Haben wir das Schildschild-Brett oder so? Im Keller? In dem Regal drin? Schreib ins Buch. Wo bist du? Schreib ins Buch. Ah, so macht man das. Gib uns ein Zeichen. Ach, das ist Dotz, was ich hier habe. Cool. Geil. Gib uns ein Zeichen. Ingelegt. Ah, wir haben die Voodo-Puppe. Ah, nicht so geil. Wo bist du? Oh, vier. Fast. Fast. Drei. Vier. Null. Wo bist du? Eins. In der Nase juckt. Würde den hier... Geht das auf jeden? Oh. Oh. Nicht doof. Doof, ne? Ah, es geht. Noch höher? Irgendwas sprüht hier Funken. Ach so, das ist viel. Strom geht ja nicht. Oh Gott. Oh, ich bin tot. Wieso das, Terry? Really? Ich bin in ihn reingelaufen. Er stand im Wohnzimmer. Ich bin tot. Oh nein. Handtet er doppelt? Leon ist einfach Peste. Leon wie dein fünf graue Haare mehr. Ohne Scheiß, Franzi. Du musst eine versteckte Kamera hinstellen. Ja, ist echt so. Stell deine Cam einfach auf mich gerichtet hin. Einfach quer übers Bett. Ist so. Ja, okay. Oh, Gottes Willen. Puh. Was haben wir denn? Was haben wir denn überhaupt? Wir haben gar nichts. Ja, dann nehme ich den Yukai. Alles klar. Die Ogen vielleicht, ne? Ja, die Tür geht zu. An der Kellertreppe? Die Tür? Ja, das heißt nichts. Okay. Pro. Das habe ich keine Frage. Hast du keine Ahnung? Das heißt gar nichts. Lebst du noch, Robert? Ja, ich gehe gerade rein. Oh, wow. Du bist ja mutig. Hast du die eine Flasche? Die eine Flasche Sanity habe ich genommen. Wir brauchen Parabol-Mikrofon, Geist und Röschig. Oh, ich bin schon tot. Perfekt. Er ist direkt hier oben gestartet. Ne. Ich muss nicht irgendwas auswählen. Habe ich schon. Was denn? Ich habe einen Jura genommen. Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt einen Revenant. Was ist denn? Äh, Dämon. Ein Dämon. Äh. Ich habe einen Handtuch genommen. Okay, dann haben alle unterschiedliche genommen. Vielleicht hat einer sogar richtig. Ich habe einen Jinn. Ah, perfekt. Es ist ein Jinn. Hm. Hast du Jinn genommen? Null Dollars. Ne, einen habe ich nicht. So. Aha, okay. Jura habe ich genommen. Ich dachte schon. Spoilern. Äh, Spoilern? Hä? Wieso? Er sieht noch nichts. Ach so. Ah, es ist ein Jinn. Ah, es ist ein Jinn übrigens. Oh, wow. Oh, es ist übrigens ein Jinn. Äh. Wie viel Geld habt ihr? Äh, 70. Null. Ach so. Äh, meinst du... Also, meinst du jetzt in echt? Genau, deswegen war ich mein Vermögensberater, Schatz. Aber du darfst nicht mehr vorkommen. Ah ja. 2.786. Ich habe 18.000. Du kaufst ja auch nichts. Nö. Ich weiß nicht, wie das geht. Sehr gut. Wir verlieren sowieso nichts. Warum keine Cam? Bei der Wochenaufgabe verlierst du nichts. Warte. Warum keine... Ja, aber nicht von dir, sondern von Leon wollen wir die Cam. Ja, wir wollen eine versteckte Kamera von Leon, wie er sich erschreckt. Ich bin schon ein bisschen geschminkt, aber ich sehe trotzdem kack aus. Mach doch einfach was die Cam. Mach doch jetzt an, jetzt hier. Hast du mich schön schreckt von hinten? Meine Güte. Dann sehen die Leute, die mich hier hängen wie der letzte Affe. Ja, genau. Wir wollen Leon sehen. Wir wollen Leon sehen. Wir sehen mich. Leon sehen. Leon sehen. Weißt du, wie ich auch hier bin? Dieser WoW-Nerd von South Park. So hänge ich hier. WoW-Nerd? Von South Park? Geh in die Hälfte rein, Schatz. Lass es einfach. Hä, wieso kippt er jetzt um? Das ist so unrealistisch. Voll dumm. Druckbereit. Hab ich doch. Leon. Leon lutscht wieder am Mikro. Er frisst es auch gleich auf, sag ich dir. Ich stoße auch irgendwann mit meiner Nase gegen. Ja, bereit. Äh, Steffi. Hier komm's, Gedi. Ich will die Cam nicht anmachen. Gedi. Soll ich das auf dich richten? Ja, bitte. Ja, das denken alle, das... Ja, okay. Ja, das denken nachher alle, das bin ich. Das ist toll. Ja. Ja. Ihr habt drunter Boyfriend-Cam oder so. Ja. Heutzutage ist alles erlaubt. Heutzutage ist alles erlaubt. Moment, ich muss einmal... Äh, wir haben ja gar nichts. Ne, ja, das dauert. Steffi ist noch nicht drin. Wir kriegen erst alles, wenn alle drin sind. Ist das witzig. Ja, das ist witzig. Schmeiß dich weg. Du warst bei Skedi immer. Wir haben immer auf Skedi gewartet. Minimaus, moin. Wie geht es Ihnen? Oh, jetzt ist alles da, siehst du? Aber nur ein, zwei Runden, Schatz. Nein. Jetzt nicht die ganze Zeit. Ich brauch die ganze Zeit, bitte. Die ganze Zeit. Geht ihr sehr gut, das freut mich zu hören. Wir spielen ja entspannt diese Wochenaufgabe. Jetzt muss ich mir mal angucken, jetzt natürlich seh ich aus. Paul fragt gerade, ob ich morgen nach Hamburg fahren kann, gegen 13 Uhr. Das ist, er will, er will wieder hoch zum, äh, nach Essen, zu seinen Freundinnen. Ne, Paul, das musst du irgendwie alleine machen. Du hast dir diese Fernbeziehung ausgesucht. Das wird nicht zeitlich, ne? Ne. Ne, das wird nichts. Paul ist bestimmt hier irgendwo im Chat. Das wird zeitlich nichts. Hörerschein muss auch mal sein. Richtig. Ich muss jetzt mal den Stream finden, warte mal. Ich habe gerade in Lost. Das wird hier auch sehr gut. Komm, Robi. Ne, ich trau mich nicht. Ohne die anderen. Ach, komm. Wir verlieren zu viel Sanity, wenn wir alleine da rumlaufen. Also, ich zeig mich jetzt in der Kamera, aber nur für ein, zwei Wochen länger nicht. Okay. Aber du musst dich auch erschrecken, okay? Versprochen? Okay. Mit Clump Scares. Was sagst du? Ich seh mich noch nicht mal. Nein, äh, hä? Ja. Nein, äh, ja. Ja, nee, so. Ja, ich spiel jetzt. Ja, na, 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 na. Ich gucke. Amara ist noch nicht mit drin. Boah, Alter, sieht doch richtig scheiße aus. Digga. Geil. Geil. Hallo, ich bin Skadi. Moin, moin, die Aktiven. Alter, das ist auch eine chillige Kameraperspektive so ein bisschen, ne? Boah, die, die Leute, die gucken sich das an und denken sich so, hä? Das Spiel auf dem Bild von ihm stimmt überhaupt nicht mit dem überein, was gestreamt wird. Kann man nicht irgendwo auch was schreiben? Eigentlich ja. Kannst du drunter schreiben, Opferkamera oder so ähnlich. Ja, ich hab den Raum. Der blaue Raum ist es. Weil weißt du's? Weil ich hier Atem hab. Das hab ich überall. Nein, ich hab hier nur vier Grad. Oder drei Grad. Wasser? Wasser? Die Kärm ist asynchron. Okay, das ist... Ja, 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 okay. IMR4. IMR4. So, ich fang jetzt mal an. Die Leute brauchen Content. Ja. Okay, die Temperatur geht runter. Wir haben Minus-Temperaturen. Eintragen. Gleich war da. Wie kann ich denn die Farbe ändern? Wie schreibe ich Minus-Temperaturen? Ach, neul. Das musst du nicht schreiben. Du musst auf Schleunel gehen, auf die Weise und dann ein Yuki-Wir. Ich hab hier gefriert. Habt ihr das... Habt ihr das blaue... Gut. Wasser fotografiert? Ich hab keinen mit. Wo seid ihr denn? Ich auch nicht. Das ist ein scheiß Ding hier, oder? Wo seid ihr denn? Oben. Hinten im Raum. Hinten durch. Also, wenn du hochkommst... Äh... Gleich, äh... Ja, hier. Nimm's rum. Unterschrecken. Ja, wunderbar. Hallo. Boyfriend-Cam. Geil. Geht das so? Ja, das ist super. Jetzt hab ich das komplett... Oh, ich hab's überschoben. Du hast es verrutscht übrigens. Äh... Finde EMF, Messgerät, haben wir erledigt. Oh Gott, irgendwas passiert. Hau mal den Geist während einer Jagd. Ist ein Foto von... Hau mal den Geist. Hau mal den Geist bei mir. Ich bin tot. Ja. Hat doch gar nicht angefangen. Ja. Ja. Ja, ne toll. Super. Der ist jetzt blöd von der Seite, glaub ich, ne? Man sieht dich gar nicht erschrecken. Doch, man hat's gesehen. Hat... Hat wunderbar gezuckt. Man hat's maximal wie der Bildschirm bei mir eskaliert. Ja, weil ich die Maus einfach nur noch... Pfff. Ja, ne toll. Ja, hat Spaß gemacht. Ich kann's auch kaum versuchen. Ich muss mich jetzt aber langsam anders hier sitzen. Die ganze Zeit so lieb. Das ist echt anstrengend. Ey! Die Tür auf. Hantet noch! Wie er hantet. Ich bin gerade reingegangen. Kann nicht hanten. Oh Gott. Okay, dann hat er mich nicht... Dann hat er mich nicht gefunden. Also, mich hat er schon mal nicht gefunden. Obwohl ich drin war. Alter, aber auch echt viel rumgeschmissen. Er hat vier rumgeschmissen. Ja, mehr vier? Mann. Das ist doch eh nur diese und die nächste Wunde, Schatz. Man kann jetzt nicht viel von der Kameraperspektive erwarten, ey. Oh, Junge. Geil. Achso, diese Art von Livestream machen wir jetzt. Okay. Ja, alles klar. Nee. Oh. Ich kann ja nicht sehen. Ich kann ja nicht sehen. Hat er die Tür aufgemacht? Hat jemand hier irgendjemand ein Dings gelassen? Ultraviolett? Nee. Nee. Ach, Mist. Er hat hier gerade zwei Tür aufgemacht. Ich bringe rein. Ja, beeil dich. Er hat gerade eine Tür aufgemacht. Oh, Hand. Du hast echt jetzt... Ja. Versteck dich. Geh nach unten. Geh nach unten und versteck dich. Ja, ich bin unterwegs. Ich kann nicht schneller als schnell. Er ist zu schnell. Er ist auf der Treppe. Ja. Und alle Türen zu machen hinter dir. Toot. Oh nein. Er macht so schnell. Yes. Oh, man hat... Oh Gott. Schatz, machen Sie private Bilder. Ja. Ja. Man sieht mich mit Nele. Oh, scheiße. Schatz. Schatz. Da war Nele noch ganz klein. Ja, jetzt wissen alle, wie Nele aussieht. Ja. Jetzt wissen alle, wie Nele aussieht. Wir müssen die WOD löschen. Die Speicherkarte nicht leer? Hand. Das ist... Hand. Digga. Ah, ich bin tot. Oh, crazy. Muss ich jetzt aufstehen? Oh, es ist nicht dein Ernst. Aber es war ein schönes Foto. Oh, das ist schön. Ja. Äh. Wollt ihr irgendwas eintragen? Ja, Skadi hat noch gar nicht gespielt. Ich weiß. Ich fand es auch ein bisschen blöd, schon reinzugehen, wenn wir noch gar nicht gespielt haben. Ja, was könnte es sein? Also vom Terrorakt würde ich sagen, es ist ein Dämon. Ja, er war aber gerade so wie vorhin gerade. Ja, es ist ein Dämon. Ich sag Dämon. So, wer lebt noch? Nur noch Skadi. Achso, Skadi muss losfahren. Es muss schneller gehen. Wir müssen schneller den Raum finden. Viel, viel schneller. So, wir haben es jetzt doch nicht mehr gemacht. Es ist, äh, doch so blöd. Ich fand es gut. So. Dann wollen wir aber anfangen zu spielen, wa? Ja, es ist schon vorbei. Du kannst losfahren. Wann habt ihr denn? Wir haben gar keinen. Wir sind alle tot. Wir haben nur Temperatur herausgefunden. Ja. Da ist der blaue Raum oben. Aber wenn du reingehst, bist du tot. Ja. Dämon. Ja, ich hab auch Dämon eingetragen. Gefriert, Reparaturen, Dämon. Ja. Nur gefriert habt ihr? Ja. Ja, und er hat mit Wasser oben im Bad gespielt. Also oben, das Bad ist das. Neben dem blauen Zimmer. Ähm, Videokamera steht. Der Hantet. Und am besten weglaufen und verstecken überall die Türen zu machen. Er ist sehr, sehr schnell. Er ist genau vor dir. Er ist in der Küche. Achso, ne, warte mal. Da geht ein Kerl herunter. Er schmeißt auch echt viele Sachen herum und ist echt schnell. Dämon. Dämon, ja. Also für mich stampft er ehrlich gesagt wie so ein, wie so ein Oni. Ich bin Profi, ich weiß. Jurei und Jyn. Bist du Ende? Kannst rauskommen. Also ich bin eher beim Jyn wieder. Bö, ist ein Dämon. Wo war jetzt die Temperatur? Äh, im Bad. Achso. Telefon. Ja, das war hier in-game. Ja. Nee, es war, ja, ja. Hand, 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 Hand. Ich höre ihn. Wo sind wir? Er kommt immer von oben. Er ist schnell. Er ist verdammt schnell. Es könnte ein... Oha, oh, ja. Es könnte... Revenant, Revenant. 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 Revenant, schnelle Revenant nehmen. Nehmt alle Revenant. Wo ist Revenant? In der Mitte. Über Yukai. Jurei. Dann wäre es wieder weg von mir. Es muss safe Revenant. Hier ist im Wohnzimmer. Er ist auf jeden Fall langsamer, wenn er dich nicht sieht. Ja. Danke, Max. Sein Freund ist der Fußbohnen, ja. Hm. Richtiger Brett. Ein richtiger Brett, Junge. Ist er noch da? Nee. Ich bin noch da. Ja. Danke. Der Brett ist da. Ich um ein Holz. Dann habe ich auch ein Brett. Pit. Holz, sieh, holz, sieh, holz. Und ich um ein Holz. Ach Quatsch, was kriege ich denn immer da rein? Holz, sieh, holz, sieh, holz. Schieße ein Foto vom Geist. Nee, mein nicht. Dann tu sowieso nicht jetzt. Ich bin tot. Ich steh, ich steh dazu, weißt du. Lass ein Stehen. Äh, nee, das nicht. Orbs sind nicht. Nee, nee. Hab schon geguckt. Also, wenn's ein Revenant sein sollte, bräuchten wir Orbuch. Wir haben kein Buch hingelegt. Nee. Aber es kann auch ein Dings sein hier, ne? Wie heißt er hier? Jurei. Naja, nicht Jurei, sondern Oreo. Onryo. Oreo. Onryo. Und, er ist auf der Treppe. Er ist im Wohnzimmer. Und Mimik haben wir auch noch. Aber Orbs haben wir ja nicht. Jetzt ist er im Schlafzimmer. Äh, er geht wieder zurück. Ist wieder im Wohnzimmer. In der Küche. Geht wieder zurück. Er ist ziemlich laut, ne? Hier, Oreo, kann das auch nicht sein. Jetzt ist er im Wohnzimmer. Er stampft, er stampft auf jeden Fall sehr laut. Ja, übelst. Er rennt auch richtig, wenn er dich sieht. Weg? Ja. Achso, müssen wir ja sagen, ja. Ja. Das wäre ganz gut. Er ist weg. Also, ich bin alt. Handtum. Handtum. Oh, es kann nicht da sein. Lass mich doch raus. Kommt die Treppen runter? Ich glaube, er ist ein Robinin oder Handtum. Wohnzimmer. Nein, das ist kein Gefrier. Habe ich eben nochmal geguckt. Doch, wir hatten Gefrier. Hat Robert schon gesehen. Ja, Gefrier ist... Garage. Gefrier ist zu 100%. Dann ist er nicht mehr in dem Zimmer. Richtig. Dann ist er woanders. Ja. Weil da war er jetzt plus. Wohnzimmer. Wo startet er denn? Ist weg. Oben im Bad war er zuerst gestartet. Ja, aber jetzt ist er nicht mehr. Vielleicht daneben das Zimmer, das blaue? Ist weg. Ist jetzt überall kalt. Ich gehe mal gucken, wo er startet. Vielleicht oben das Zimmer? Das ist das... Also, EMF-Gerät schlägt immer noch aus. Im Bad. Er hat eine Tür angefasst im Bad. Ja. Das muss das Bad noch sein. Das war aber kein Minus. Handtum. Ne. Irgendjemand hat hier reingeatmet. Ganz verrückt. Das war Leon. Okay. Was sind denn die... Die Dings? Die... Infrarot. Infrarot. Ultraviolett. Infrarot hatte ich. Mhm. Und, äh... Leon, glaub ich. Infrarot. Ultraviolett. Ja, mein ich ja. Und Leon ist hier direkt vorm... Ähm... Ich chill hier auf der Treppe. Vorm Bad. Ja. Wie bin ich das? Ich weiß nicht, wo ich das bin. Ne, auf der Treppe ist... Ähm... Dings, ja. Auf der Treppe ist Robert. Ja. Robert. Und ich bin hinten... Ähm... In den Raum. Hand. Von wo? Ja. Ja, von hier. Von hier. Ja, blauer Raum. Ja. Obwohl... Obwohl er... Äh... Tod. Ja, perfekt. Revenant eintragen. Ja, ich bin bei Revenant... Oder Handtuch. Revenant. Handtuch. Nichts sagen. Nichts sagen. Nichts sagen. Danke. Bitte. Gerne. Das war... Mehr als tausend Worte. Er hat nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Das stimmt. Ein Moroi. Ja, siehst du, sag ich doch. Hast du gar nicht gesagt. Natürlich. Nein. Logisch. Da sind wir nicht mal auf die Idee gekommen, dass das einer ist. Morai? Morai, Morai. Wie auch genau. Das ist auch egal. Wir schaffen das niemals. Morai, Morai. Wem braucht ihr schon? Wem braucht ihr? Wunderbar. Ja, wunderbar. Ich sehe Augen. Ja, das war ich. Ich sehe Haare. Seit wann ist Leon früher da als Steffi? Das weiß ich auch nicht. Steffi hat gerade Probleme mit PC, glaube ich. Ich weiß auch. Ich bin da. Wow. Ich weiß auch nicht, warum ich bei mir so lange dauere. Das war bei Skedis alten PC schon immer so. Beim ersten Mal laden hat es immer lange gedauert. Und beim zweiten Mal kam sie immer schnell rein. Das war schon immer so. Ich weiß auch nicht, warum ich bei mir so lange dauere. Moin. Dampf mit Nudeln. Was geht, Jens? Moin. So. Begrüßen wir einmal alle Jens. Jens, Moin. Hallo, Jens. Hallo, Jens. Unangenehm. Steffi, du musst auch noch sagen Hallo, Jens. Oh, ich möchte nicht die Einlassfunkte machen. Hallo, Jensi-Boy. Jensi-Boy. Ui. Alter, jetzt gut ab. Ui. Ich habe übertrieben. Ja. Nicht viel und so bei dir? Ja, wir streamen mal wieder nach zwei Wochen. Auch mal was so schönes, ne? Hä, du hast mir letztens gerade drinnen. Mit dem WOT, habe ich gesehen. Ja, das ist schon auch so schön. Arbeiten und dann gucke ich und dann, oh, Jensi. Ja, zwei Wochen her. Hier, vor ein paar, zwei Tagen hier, Mittagszeit. Hier, Robert Olo, WOT. Hä? War ich gar nicht, hä? Nein. Hä? Hä? Ich lüge. Robert. Nein, nein. Soll man Lügen sagen? Das war nur ein Test. Das war nur ein Test. Er hat schon eine lange Nase. Er ist ein Pinocchio. Nein, es war nur ein Test. Ich war nicht wirklich da. Wer spielt hier? Ich war das. Mein Ultraviolettes Licht hat noch nichts angezeigt. So schnell kommt da auch nix. Ja. Oben. Jeder Zimmer. Oh, Gewitter, Gewitter. Hä? Wie kann es hier reingewittern, wenn hier gar keine Fenster sind? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich bin hier im Keller und es blinkt. Keine Fingerabdrücke? Hier war so ein bisschen was. Der Bär sieht bis ins Hass aus. Oh, das Ding ist runtergefallen. Das Bild. Oder ist jemand runtergeworfen von euch? Ich weiß nicht. Oh, hier ist auch. Oh, hier. 3,5, 4, 3. Hier ist wieder Eisweg. Floorgeist. Wo bist du? Oben. Oben. Oh, hier. Keine Fingerabdrücke. Ja, keine Fingerabdrücke brauchst du nicht sagen. Mach mal Licht aus. Noch relativ warm. Ja. Ich habe hier auch gerade Temperatur in der Hand. Ne, hier ist es nicht. Grässliche Bilder. Der Flur ist es übrigens auch nicht, ne? Ähm, doch. Wir haben Orbs. Orbs? Ja, da wo ich gerade stehe. Wo ich hinschaue. Ich drücke J. Temperatur geht aber gar nicht runter. Weißt du, Orb? Mimik? Revenant. Ich call Revenant. Du kannst hier gar nicht callen. Was? Ja. Am Orbs. Eindeutig. Ja. Orbs. Du musst es so sagen. Orbs. Kommt direkt aus diesem Flur hier. Wo bist du? Nach hier. Keine Fingerabdrücke? Also wenn ich hier bin, schau ich direkt. Ich bin direkt tot. Loll. Genau oben auf der Treppe gespawnt. Oh, jetzt hätt ich ja die Cam gehabt. Der ist mir einfach gegengelaufen. Ich guck die Treppe runter. Er kommt die Treppe hoch. Ich hab ihn richtig ins Gesicht geleuchtet. Loll. Tigger. Ja, perfekt. Augen Augen. Wir haben zumindest Orbs. Das ist ja schon mal was. Orbs haben wir schon mal, ja? Das ist schon mal was. Drei Leute sind tot, aber wir haben Obst. Wir haben Obst im Haus. Das sind 22,2 Grad. Hand! Er ist direkt hier gestartet an der Dot Machine. Genau an der Dot Machine. Sind wir alle drei tot? Ich bin... Oh nein, hier ist gar kein Versteck. Oh, verdammt. Du bist tot? Ich bin gleich tot. Was nehmen wir denn? Was hatten wir jetzt? Orbs und... Ich sag... Nichts. Sie ist sehr langsam und übel laut. Rai-Chu. Ah, Rai-Chu spielt mit nichts. Wo ist sie? Ja, schwierig, wenn man kein Licht hat. Ja, das ist ja der Witz daran. Wo ist sie denn? Ich sag Rai-Chu. Ich sag ein Obake. Obake! Ist nur noch Franzi weg? Ja, ich bin nur noch da. Oh, Alter! Junge, nicht so laut. Da erschreckt man sich ja mehr als vom Spiel, Badanisen. Es tut mir leid. Du musst am Weg halten. Exakt reingehalten. Äh, ja. Perfekt. Meine Ohren! Oh, Junge, sagt Jens schon. Siehst du? Oh, Junge. Alle mal wach. Oh, Junge! Alle mal wach, ja. Ein Oreo ist es, genau. Ein Oreo-Keks. Ich wundere mich, warum ich die Tür nicht aufmachen kann. Ich bin einfach tot, Digga. Ja? Fühlst du dich eigentlich beobachtet? Reicht. Alle stehen im Nacken. Oh, ja. Oh, ne Tür? Ja, rechts die Tür. Die Schranktür von alleine. Ja, wo ist es denn? Man muss hier irgendwo liegen. Irgendwo, wer kurz ist. Ich glaub, das ist eine Taille. Wo liegen die denn alle? Also, einer liegt hinten in diesem kleinen Raum. Ich liege hier in dem kleinen Mini-Raum. Gleich rechts hier. Wo die Kamera steht. Da, genau. Da liege ich. Du hast auch keinen Ultraviolett, ne? Nee, hab ich nicht mitgehabt. Und einer liegt unten an der Treppe. Hat jemand von euch Ultraviolett gehabt? Nein. Ja, ich? Ach, Leon. Ja, stimmt, Leon. Ah. Hat eine Tür angefasst für eben gerade wieder? Der fässt verhältnismäßig auf die Tür an, muss ich sagen. Fest verhältnismäßig. Verhältnismäßig. Hand. Oh, wie ist man das? Keine Hand, keine Hand. Was war das? Das war ein Event. Ekelhaft. Ja. Lass mal liegen. Wir können auch gucken als Geist. Franzi. Er ist gestartet. 5. E-M-R 5. E-M-R 5. Oh, das ist gut. Oh, Obako oder Raichu. Ich sag doch Raichu. Hab ich doch von Anfang an gecallt. Du kannst nicht callen in dem Spiel. Du kannst nicht callen. Ich sag Obake. Ich sag... Du kannst nicht callen. Raichu kann elektrische Geräte in der Nähe. Ja, wir haben keine elektrischen Geräte. Ja, komm, jetzt abfahrt Raichu. Ich, ich nehme Obake. Oh, Obake. Dots oder Dings? Ähm. Violett oder Dots? Ja, Ultraviolett. Es wäre dann Obake, oder? Ja, das wäre Obake, weil er hat oft die Türen angefasst. Das muss Ultraviolett sein. Da, Tür angefasst. Ja, ich bin nicht drinnen. Oh. Ja, der Schrank, der Schrank wurde angefasst. Ich sag Raichu. Obake. Ich gehe gegen die Masse. Obake. Mach was ihr wollt, ich mach Raichu. Okay. Ich hab dann Anfang angecallt. Dann lass es losfahren. Den Schrank hat er angefasst, gleich wenn du reinkommst. Gedi, nein, tu's nicht. Sie wird's wissen, wie Willi. Willi will ich. Genau, der hier vorne. Fahnt, fahnt. Ja, tot. Ja. Selbst schuld. Bist reingelaufen. Kommt die Treppe runter. Aber ist langsam. An der Treppe. Ist aber langsam. Ist langsam. Jetzt Küche. Ist Obake langsam? Küche. Keine Ahnung. Wohnzimmer. Also Raichu ist, glaube ich, schnell, ne? Nee. Schmeißt du auch viele Sachen umher, ne? Auch nicht so schnell, nein, nein. Bist weg. Nee, ist noch da. Nein, ist noch da. Ja, er sagt doch sowas nicht. Er sagt doch sowas nicht. Im Gang. Geht wieder zu den Dots. Bei den Dots. Geht wieder in die Treppe runter. Ist weg, 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 weg. Der Raichu bewegt sich schnell, wenn, der Raichu bewegt sich schnell, wenn die, wenn er, wenn Strom an ist. Ja, Raichu, sag ich doch. Ist weg. Ja, 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 haben wir doch schon dreimal gesagt jetzt, Alter. Das ist ein Opa. Jetzt haben wir die Zeit wieder verloren. Ich denke, wir sitzen sogar im selben Raum. Und zieht der Kopfschlau auf. Schnell, jetzt guck schnell. Da irgendwo Fingerabdrücke sind. Er hat jetzt ewig lange nicht mehr angefasst. Das kann schon wieder eine halbe Stunde her sein. Na, ist nichts. Ja, weil er, du musst warten, bis er wieder anfasst. Jetzt, hier, eine Tür. Ich glaube, die Tür war es. Ja, welche Tür ist die Tür? Ja, die Tür. Ja, die Tür halt. Also, ich komme rein, da kann ich es sagen. Hier ist nichts. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich sag, das ist nur Barkel, 100 Euro. Ja, denke ich auch. Mach was anders. Fußabdrücke müssen ja auch sein. Fußabdrücke müssen ja auch sein. Ach, wegen Salz, ne? Wegen Salz. Ja, clever. Sie ist auch eine clevere Frau. Richtig. Oh, Leon. Der einzige, ah, so clever. Ah ja. Aber Dots sind ja auch nicht, ne? Oder guckt ihr nach Dots? Seid ihr drinnen? Wir sind drinnen und gucken nach Dots, ja. Die ganze Zeit. Dots sind aber nicht. Ne, absolut nicht. Es sei denn, wir müssen die mal umstellen. Aber wenn es aber ein Reitschuh sein sollte, dann vielleicht noch einen anderen Dots hinpacken? Gibt es nicht. Wie, gibt es nicht. Wir haben nur einen Dots. Ne, wir hatten vorhin zwei. Da muss einer den gehabt haben. Keine Fußabdrücke. Noch nicht, noch nicht. Warte ab. Na, es ist schon, ist schon reingetreten. Ach so, lol. Okay, dann können wir gehen. Dann können wir gehen. Dann ist es ein Reitschuh. Dann ist es doch ein Reitschuh, ja. Alter, ich habe so einen Anfang. Ja, Leon. Du bist der Aller-Neus. Ich bin der MVP. Hand, Hand. Oh nein. Ja, und tot. Oh nein. Und der ist direkt unten. Der ist direkt hinter dir. Oh, guck mal, alle werden da. Ja, guck mal, guck mal. Oh, Geien, Geien, Geien. Oh, lass mich. Das gibt's nicht. Sie ist im Wohnzimmer. Ja. Wohnzimmer, geht die Treppe runter. Treppe runter. Geht nach rechts. Was ist denn? Äh. Was ist denn? Was ist denn? Treppe wieder hoch. Sie ist Treppe oben. Ach, hier ist er. Sie ist im Wohnzimmer. Sie wollen mich nicht durchgegangen. In der Küche. Oh, wieder. Die läuft ja mal hin. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Ja, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Gehst du mal bitte raus jetzt? Geh doch schon. Geh nicht schneller. Loll. Du musst auch gerade gehen, noch nicht seitlich, hä? Hell, lol. Richtig albern. Albern? Albern. Albern. Also, wir haben uns heute hier versammelt, um den Sieg zu feiern. Geil. Weil wir einfach einen Raichu haben. Ja, wenn es richtig ist. Ja, hoffentlich. Ja, das wäre jetzt dumm, wenn nicht. Also Fußabdrücke waren jetzt nicht. Ja, dann. So, gut. Also, ich bin immer noch bei Obaka, aber ich nehme jetzt Raichu. Ja, nein, es waren keine Fußabdrücke. Das muss schon stimmen. So, nichts sagen. Kein Stuhn, kein Yay, kein gar nichts. Okay, okay, warte. Hallo. Ihr dürft maximal mit den Augen rollen. Okay, okay, ich rollen mit den Augen. Okay. Was? Was haben wir gemacht? Alter, ihr seid ja richtig schlecht. Können wir denn ja bitte mal gucken, was ein Jokey braucht? Jetzt bitte alle mal in Chat. Orcs, Orbs und Dots. Orbs, Dots und Orbs? Orbs und Dots? Ja. Zweimal Dots? Box. Und du hast noch ein Fünfer-EMF gelostet. Und du hast noch ein Fünfer-EMF gelostet. Und du hast noch ein Fünfer-EMF gelostet. Ja, okay. Orbs, Orbs und Dots. Dann war es nicht EMF. Aber es war noch ein Fünfer-EMF. Ja, wer hat EMF-5 gecallt? Ich. Franzi. Franzi, heb die Schere. Na toll, wegen ihr. Alles nur wegen dir. Ach so. Ach, Mensch. Mal jemanden sein Gebiss aus meinem Bildschirm nehmen. Ja. Ja, das war ja krass. Schau mir die Map. Das wird immer die gleiche sein, weil es eine Herausforderung ist. Ja, es ist die Aufgabe. Ach so. Warum ist es denn immer derselbe Geist? Es ist nie derselbe Geist. Dann ist es keine Herausforderung. Ich habe schweren Gebiss im Gesicht. Ja, das bin ich, sorry. Tut mir leid. So, ich habe jetzt Dots. Und ich nehme die Videokamera mit. Einer nimmt bitte. Ja. Ich habe UV. Ich habe Kamera und Temperatur. Ist das hier zum Reinsprechen, das weiße Ding? Ja. Dann mache ich das. Ja, ja. Dann habe ich am meisten Angst. Und man soll seine größten Exe ja phasen, ne? Ja. Ich nehme noch Kopfkamera mit. Nein, tu das nicht. Noch. Ja, dann bist du doch instant gehandelt. Kannst du mich hören. Du kannst dich nicht... Du kannst dich mit einer Kopfkamera nicht verstecken. Das weißt du, ne? Halt die Gursch. Ja. Wie mache ich das nicht an? Steffi ist schon mal instant tot. Rechtsklick. Und dann rauscht das. Und dann kannst du mit V reinreden. Oh, schrei da. Mit V drücken. Ich bin aber auch wieder im Bett. Alles klar, Jens. Danke fürs Vorbeischauen. Tschüss, Jens. Sie ist immer auch die Voodoo-Puppe. Wollen wir die mal testen? Oh, ich habe den Knochen. Brauchst du nicht mehr suchen? Schreib. Sag was. Red Bull? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Bist du böse? Bist du lieb? Willst du mich töten? So was kannst du... Einmal nur froh, wer, wie. Hat jemand verrückt... Gerade wirklich Red Bull gesagt? Wer, wie, was. Ich habe einen Monster. Wieso? Was halt warum? Wer nicht fragt. Bleibt dumm. Äh, warum blitzt es im Keller... Ja, in der Keller... Im Keller hat es auch geblitzt. Obwohl da gar keine Fenster sind. Das macht keinen Sinn. Wo bist du? Hier. Hallo. Hat der doch eben geantwortet, oder nicht? Hat der... Nein, ich habe nichts gehört. Leute. Hä? Dein Mikro. Ich habe nichts gehört. Digga, das ist ja noch gruseliger. Gib mir mal dein Ding. Äh, nee. Das hört sich falsch an. Es gibt, ich war im Keller und ich habe irgendwie was gehört. Aber es kann auch sein, dass ich dich einfach nur woanders gehört habe. Bist du hier? Ach ja, das war deine Stimme. Alles gut. Geht durch Wände. Ja. Weil ich so eine purige Stimme habe. Geil. Bist du hier? Doppelt. Doppelt. Tür oben. Tür oben. Badezimmer. Tür oben. Badezimmer. Ich war gerade oben. Oben. Ich war gerade oben. Wo crouch ich? So. Welche Tür oben? Badezimmer. Ganz oben hinten. Und wenn du hochkommst, rechts. 2, 3. Schwankt. Und der ganz hinten. Das Badezimmer. Da waren wir schon mal, ne? Ja, Temperatur geht runter. Ne, geht es nicht. Geht wieder hoch. Hä? Bist du hier? Wo bist du? Ah, hier im Flur. Im Flur ist er. Wo bist du? Na hier. Im Ballzimmer ist er. Bist du im Flur? Nein, im Flur. Hier, mitkommen. Im Flur geht die Temperatur runter. Ja, probier doch hier nochmal. Bist du hier? Hier rein. Ja, auf jeden Fall nicht. Und da müssen wir alle rausgehen. Ich hasse das. Diesen Part mag ich ja nicht. Alleine sein. Nö. Wir müssen allein sein. Äh, das Kruze fixiert an. Ja, rede mal mit ihm. Hand, Hand, Hand. Oh fuck, bitte. Junge. Nee, nur ein Event. Nur ein Event. Nur ein Event. Leon, ich hätte jetzt so gerne P-Scan gehabt. Oh, ja, jetzt hätte sie sich auch gelohnt. Ey, die war genau neben mir, die Füße. Ja, die Füße. Füße. Aber ein Fenster zu? Ja. Okay. Hand. War keine Hand, oder? Auch mit Fotokamera. Bist du hier? Es ist eine Hand, es ist eine Hand, es ist eine Hand, es ist eine Hand, es ist eine Hand. Bleib doch nicht so rumstehen. Ich bleib doch gar nicht stehen. Na, irgendwer ist ohne ein Button. Nein, Mama, wie heißt denn, ich will nicht sterben. Wo soll ich denn hin? Oh, Mann. Er wurde schneller, obwohl er mich gesehen hat. Ja, er kommt auf mich zu, er hat eine Axt in der Hand. Ich betone. Wie hat der Klippel gehabt? Ich will nicht schon wieder. Oh nein, oh nein. Was soll ich denn machen? Ich bin der Meinung, ich weiß es nicht, weil ich mich sehr hart erschrocken habe, ich glaube, das Radio ging in dem Moment an, wo ich mich erschrocken habe. Das ist ja fast wie bei Dings, bei Simmer 1408. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, Radi, also Geisterbox. Nee. Ich habe eine Kamera drin, da kam der Geist, es kam ein Herzschlag und ich habe mich erschrocken. Also ich sehe da auch keine Ops in dem Bad. Okay. Habe ich eigentlich Chris? Lebt nur noch Skadi? Ja. Wo kann ich nochmal gucken, wie ein Chris, wo war das? Hey. Discord? Nee, habe ich aus. Tür. Ich gehe schon. Hand. Fingerabdrücke. Oh, ich bin tot. Echt? Fingerabdrücke? Ja, Fingerabdrücke. Also Geisterbox. Ich nehme, ich nehme, ich nehme, ich nehme Deomon. Demon. Hä? Eintragen. Leon, eintragen. Sind alle tot? Ja. Ja. Schrag ein. Wann ist denn Steffi gestorben? Nee. Ja, sie waren mit als erstes tot. Ja. Oh, Backe. Och, oh, Backe. Oh, Backe. Oh, Backe. Oh, Backe. Oh ja, immerhin 30 Dollar. Alter. Alter. Auf meinem Bildschirm. Voll gut. Ich werde das nicht schaffen. Ich glaube auch, dass wir es diese Woche nicht schaffen. Max. Der Max ist schon offline. Der ist im Log. Im Log. Im Log. Ah, Juhu. Bleibt mal so. Bleibt bitte so. Bleibt so. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Nein. Oh, Robert. Und Robert bewegt sich. Ja, und er ist alles versaut. Robert hatte zwei Köpfe und Brüste. Ja, das ist normal. Das ist HPTQ. Oh, Mann. Das sah so lustig aus. Das schwarze Oberteil von Leon, aber Skateys Kopf und an seinem Hals. Also, das war so geil. Oh, ich fand, ich nehme was anderes mit. Temperatur nehme ich nicht mit. Ich nehme den Kruzifix. Zifix. Zifixer-Moi. Guck mal, die Sonne geht auf. Ja, ne? Das ist voll schön. Das ist eigentlich echt voll geil, so wenn's... Nein, ist es nicht. Nein. Leon, nein. Hier drin ist dunkel. Richtig. Genau deswegen ist es auch nicht geil. Hier kann man sich wieder verstecken, muss ich mir merken. Bist du hier? Ja, musst du dir wirklich merken. Du bist ja sowieso die Letzte, die wieder überlebt. Oh Gott. Mensch, Leon! Das Handy ist umgekippt. Es tut mir leid. Geil, ey. Es ist so gut. Ein Bildschirm ist umgefallen. Ein Bildschirm. Echt jetzt? Nein. Nein. Aber es war ein Handy. Bist du hier? Ja. Irgendwann hat das Handy gesummt. Summ, summ, Biene summ herum. Bist du hier? Bist du hier? Und er verlockt. Bist du hier? Wo bist du? Was bist du? Ein Geist, glaube ich. Hier, im Flur. Im Flur. Flur. Flurgeist. Schon wieder? Ja. Tür ist aufgegangen. Hier? Tür? Kann auch hier drin sein. Hier ist auch eher mehr. Guck mal, Leon, guck mal, die Tür. Die Tür, die Tür, die Tür. Welche Tür? Egal welche. Guck, alle gerade hier in der Nähe. Ich hab Fotoabend. Ich hab hier, glaube ich, hier. Guck mal, die bitte. Welche? Die hier vorne. Weiß ja gar nicht, wer du bist. Hier, der hier. Ja, dann leuchte mal mit Haschennamme weg. Ja, äh. Sehr gerne. Siehst du auch so. Äh, äh. Ich seh hier nichts. Was siehst du? Ja, wenn keine Finale-Brücke zu sehen sind, siehst du es auch nicht. Auch mit Taschenlampe geht das. Ja, auf jeden Fall. Schreib mich nicht an. Alles gut. Nee, ich mein Steffi. Ach so. Ja. Jetzt noch mehr. Radio. Ja, richtig. Paddy. Schreib ins Buch, bitte. Bitte brauchst du nicht sagen. Das ist immer noch ein Geist, der dich töten will. Bitte töte mich. Nein. Hier, ne? Hand. Bin tot. Ich auch. Ich noch nicht, aber gleich. Hat das ein bisschen gedauert. Ne Banshee. Oh wow, wir sind hier zu zweit. Ich hab Angst. Ich glaub ne Banshee. Sie ist vor mir. Wir haben gar nichts, ne? Schön. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hä? Ich hab sie nicht mehr gesehen. Hey, du hast nichts. Geil. Ich bin tot. Ja, super. Jetzt bin ich alleine. Ja, dann. Ach, die Hand hört ja immer noch. Loll. Ich hätte mal nicht Taschenlampe anmachen sollen. Hey, die müssen wir uns denn jetzt alle holen? Weil es die Herausforderung ist. Somit einmal? Jojo. Ja, ich bin im Versteck. Okay, welcher Geist? Welcher Geist tötet mein Versteck? Welcher Geist? Äh, der Deogen. Deogen? Deogen. Ja, Deogen. Deogen. Wo ist Deogen? Ich seh Deogen nicht. Unten in der Mitte. Unten in der Mitte? Nein, ich hab's perfekt. Hab's nicht hinbekommen. Hab's nicht hinbekommen. Es ist ein Deogen. Und ich hab's nicht hinbekommen. Ja! Ach so, so. Ja. Ich hab den Deogen nicht gefunden. Ja. Haben wir jetzt alle den aus der Robe? Ja! Weil ich der Hoshi war, der es gesagt hat. Also müssen wir Robert jetzt weitermachen. Wegen mir müssen wir das noch dreimal machen, ja. Ja, wegen mir müssen wir es dreimal schaffen. Ja, wir müssen es dreimal schaffen. Aber jetzt spielen wir nur noch zweimal. Also immer noch dreimal, okay. Immer noch dreimal. Wir haben keinen Fortschritt. Weil ich den blöden Deogen nicht gefunden habe. Wo ist Deogen? 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 Ja, zu spät. Da war, da war, da, eine Sekunde später war es vorbei. Nee, da war noch Zeit dazwischen. Ich hab's nicht gefunden und ich hab eine Rechts-Links-Schwäche. Ich hab auch eine Oben-Untens-Schwäche. Jetzt ist die auch Mitte, Mann. Ja, eine Mitte-Schwäche hab ich auch. Ach, so eine Scheiße, Mann. Ey, 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 wir sind live. Ja, das darf ich sagen. Achso, ich war der Letzte, Entschuldigung. Ja. Du bist das. Halt die Schnauze. Das Letzte ist immer noch Miller, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Toll, wegen mir müssen wir das noch dreimal machen. Toll, weil ich so blöd bin, so scheiße bin. Und ich sag auch noch, es ist der Geist, der sich in Verstecken findet. Ich bin so ein Trottel, ehrlich. Ach, wolltest du uns nicht helfen, ja? Sollen wir alle leiden? Ja, ich leide jetzt am meisten darunter, weil ich es noch dreimal schaffen muss. Selbst wenn wir es zweimal schaffen und dann sagen, wir haben keinen Bock mehr, dann ist es eh vorbei. Oh, ne Kacke. So, wir gehen jetzt wieder in den Flur, so wie die Marde davor auch. Oh, ne. Da bist ja was immer der Flur. Hä, hantet er schon? Ne. Nein. Du bist nur zu doof, die Tür zu öffnen. Äh. Ich hab den blöden Diogen nicht gefunden. Er hattet. Oh, fuck my life. Dämon. Ich hab nicht mal ne Taschenlampe mit, ey. Hä? Hä? Es hat geheult. Es hat geheult. Ja, ich hab's auch gehört. Ich hab's auch gehört. Meine Taschenlampe hat ja auch geflackert. Ich bin nicht auch nicht reingegangen, weil ich dachte... Ja, als ob wir da jetzt wieder reingehen. Wir haben übrigens Atem, ne? Ja, Atem heißt nichts. Atem heißt gar nichts. Das heißt nichts. Weil wir haben... Wir haben 5 Grad. Bist du hier? Wir haben sowieso 5 Grad. So eine Scheiße. Wo bist du? Der blöde Diogen, Alter. Wo bist du? Bist du hier? Hier. Lieder. Doch. Was? Was heißt hier? Hier. Liederzimmer. Bist du hier? Hinter dir. Hinter euch. Hier hatte ich jetzt 3. Ja, Temperatur geht runter. Ja, Temperatur geht runter. Ja, ich... Das wollte ich ja auch gerade gesagt. Geht mal einmal alle raus, bitte. Ich muss mal kurz Kratzen bedienen. Okay, Privatsphäre möchte Leon. Ich wollte nur gucken, Mensch, hier, hier. Ich bin da raus. Bist du hier drin? Bist du stirbt? Stirbt, Alter, nicht. Stirbt? Wir haben... Bitte nicht. Bist du hier? Bist du hier? Wenn die Stanley sind, sind wir noch da. Das ist gut. Bist du hier? Ich will nicht alleine sein. Naja, also... Geisterbox reagiert ja nicht. Bist du im Flur? Hallo? Hallo? Draußen? Ich kann nicht schicken. Wo bist du? Ich bin immer noch sauer, ne? Willst du higher gehen? Achso. Wo bist du? Ich glaube, das Radio ist broken. Radio. Radio. F1. Bist du hier? Hast du Temperatur drin gelassen, Robert? Ja. Haben wir Temperatur schon? Nein, habe ich reingelegt. Was brauchen wir denn? Ich lege mal das Buch hin. Das ist gut. Ich mache Feuerlicht. Das sind zwei Bücher. Das ist aber nicht schlimm. Ich kann ja sowieso nichts. Nicht mal ein Diogen eintragen. Manchmal Feuerlicht. Die 4 Grad. Ich lege das mal hier oben hin. Gut. Da haben wir gar nichts, ne? Hast du Fingerabdrücker geguckt? Ich bin dabei. Find's da auch. Wenn Salz auf dem Boden ist, sofort Salz gucken. Was ist Salz? Wenn er durchgerannt ist, ist er so ein kleiner Fußabdruck. Was bringt das? Dann können wir wissen, ob es Fingerabdrücke sind, weil Fingerabdrücke sind auch gleichzeitig die Fußabdrücke. Mhm. Weil einige Geister können eine Fußabdrücke nur uns geben. Hä, wir haben gar keine Räucherstäbchen. Ja, habe ich auch schon gesehen. Total dämlich. Das macht ja gar keinen Sinn. Die Aufgabe können wir gar nicht schaffen. Hand. Hand. Leon, Hand. Ja, Hand. Hand. Das knackt und knittet ganz eklig. Ich bin tot. Er kommt auf mich zu, gekrabbelt. Krabbelt? Ja, er ist gekrabbelt. Ich bin tot. Ach, direkt vor der Kamera. Schön. Wir sehen, wie du krepierst. Geil. Schön. Ey, wo seid ihr denn? Wir sind im Van. Wo seid ihr alle im Van? Ja, wir gucken uns das an. Das ist Kino. Wollt ihr mich verarschen? Warum war ich denn alleine hier drin? Ja, das ist Zimmer 1408. Was hast du mit deinem Zimmer in 08? Bin bei 1408. Musst du mal gucken. Das ist ein Gruselfilm. Ist das der Typ in dem Hotelzimmer? Ja. Ja, der ist heftig. Der ist wirklich heftig. Ich glaube schon. Wenn du fertig bist. 1, 2, 3. Wenn du den geguckt hast, gehst du aus dem Zimmer raus und denkst dir so, ist mein Leben auch noch real? Ist wirklich so. Ist wirklich so. Ist richtig spooky. Den hatten wir in der Schule geguckt. In der Berufsschule. Ja. Und danach bin ich aus der Schule raus und guck mich um und denk mir so, ist mein Leben real? Bin ich real? Ja. Träum ich gerade? Ich bringe dich gerade aus dem Fenster. Also der Film hat mich echt fertig gemacht. Ja, der ist wirklich krass. Das ist nicht so Jumpscare-mäßig, das geht wirklich so auf die Psyche so. Das ist so. Ich hab ihn letztens gerade wieder geguckt. Tatsächlich. Der ist echt heftig. Ja. Er ist zwar uralt, der ist schon 25 Jahre alt, ne? Aber der ist wirklich gut, der ist wirklich gut. Hast du es geschafft? Ja. Ich war im Zimmer. Oh wow. Was ist es? Er ist noch nicht durchs Sand gerannt. Äh, Salz. Er hat noch nichts reingeschrieben, gar nichts. Ich glaub, er hat das den Raum wieder geändert. Hä? Hat die Kerze nicht mal ausgepustet? Was soll denn das? Ne, ich glaub, er hat wieder den Raum geändert. Ach man, ey. Ich komm. Findet mal den richtigen Raum raus, bitte. Ich komm mal mit Kerzen. Oh, 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 oh. Hand und das. Ach nö, ne? Nicht euer Ernst. Wo ist er denn? Tür auf hier. Er ist auf der Treppe. Kommt nach oben, kleines Baby. Ein Kind. Okay. Rennt Richtung Dotz. Geht zurück Richtung Treppe. Ist auf der Treppe. Ist sehr langsam. Also, er rennt nicht. Er ist doch sehr leise. Also, er macht nur zu. Hm. Kellertreppe runter. Bis im Keller. Soll ich ein Shade? Bis im Keller. Ist vorbei. Ist vorbei. Habt ihr den Raum gefunden? Habt ihr den Raum gefunden? Ekelhafte Geräusche, der Wichser. Habt ihr den Raum gefunden? Nein. Er macht wirklich so. So macht er. Richtig. Ja, 1 zu 1, danke. 1 zu 1, ja. Richtig. Wie viel Fröschkulissen. Habt ihr den Raum? Nein. Und jetzt? Oh, wir haben den Raum noch nicht. Und jetzt? Wann? Wann ist es? Und wo kommt er denn? Lass mich heilen. Lass ihn heilen. Beim Wohnzimmer ist so eine kleine Tür. Von da kam er gerade raus. Jetzt geht er die Treppe hoch. Ja, dann bin ich jetzt tot. Schnell zu. Schnell zu. Er ist im Gang. Immer noch im Flur. Er hatte ich. Ja. Ja, mich. Er rennt zurück. Er ist wieder im Flur. Ich hab aus Versehen die Taschen der Bahn gehabt. Ja, das ist schlecht. Oh, nein. Er rennt wieder zurück. Er rennt hier im... Digga. Er rennt. Er rennt. Er ist im Flur. Er rennt. Er ist wieder in der Treppe nach unten. Er rennt. Treppe unten. Jetzt ist er im Wohnzimmer. Jetzt rennt er rechts rein. Ins Klo. Jetzt ist er wieder im Wohnzimmer. Digga, wie lange hantest du? Treppe hoch. Jetzt ist er wieder oben im Flur. Bei den Dots. Wie lange hantest du? Der ist das normal? Der hat ja gar nicht mal auf. Okay. Das könnte auch ein Geist sein. Er kam von hier. Hier. Von hier kam er. Wohnzimmer. Hier seht ihr mich? Hier. Guckt mal. Hallo. Ja. Und hier aus der Tür. Hier kam er raus. Ach, hier. Okay. Aus der Kammer. Aus der Kammer. Kammer? Aus der Kammer. Unten. Gegenüber vom Bad. Das ist eine Kammer. Unten? Da kam er raus. Da kam er rausgeorgelt. Bad. Hier. Hier, Robert. Hier. Ach, die Kammer. Okay. Genau. Da kam er raus. Okay. Jetzt macht er das Beste draus. Ja. Hey, das ist die Kette an. Guck mal, Skadi. Hey, schau. Wieso? Was mit dir? Mein, die Katze. Ist da die Lebsinger? Die hängt da ganz komisch runter. Ich weiß, ob ich schreie. Gesundheit. Du kannst noch raus schlafen. Das sagt er immer. Das ist so ein Insider. Okay, er hat schon mal eine Kerze ausgepustet. Das ist schon mal richtig. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ein Gespenst ist oder ein Shade. Nee, er ist durchs Eis gelaufen. Ja? Nein. Ja, siehst du. Ja, weil er da auch nicht mehr im Raum ist. Ja, aber er ist ja hier und wieder reingegangen. Oder nicht. Ja, es zählt aber nicht. Wer lebt denn jetzt noch? Bringt ja gar nichts. Ja, ich. Ich lebe noch. Dann bring doch mal alles da hin. Die Kamera, die Dots. Das Buch. Bewegungsmelle ist auf jeden Fall angegangen. Oben nochmal. Oder bin ich das? Nee, das bin ich. Er kann doch gar nicht mehr oben sein. Oh mein Gott! Irgendwas passiert gerade? Ja, er ist direkt vor mir gestartet und ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Lebst du noch? Nein, ja, in Wirklichkeit fast gestorben, ja. Übel. Übel. Ich habe mich gerade übel erschrocken, Junge. Hand. Oh nee. Mein Herz, die Husten. Nein, nein. Ja, Entschuldigung. Nee, leh auf zur Husten mit. Wirklich Hand? Nee, doch nicht. Ich brauche es Hand. Doch, 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 doch. Ich bin im Schrank. Wenn er mich kriegt, dann ist es ein Deogen. Ja, sie kommt hinten aus der Garage oder so raus. Irgendwo von hinten unten. Zwillinge. Können auch Zwillinge sein, ja. Aber jetzt krabbelt sie. Nee, das ist, ähm, das ist trotzdem gleich. Haben wir überhaupt einen Beweis? Nee, gar nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ein Dings ist, ein Schild. Sonst wählen wir irgendwas und dann, ähm, machen wir erstmal was anderes. Ja, okay. Ja, eine Rundebelegung. Die Herausforderung ist echt schwer heute. Ich brauche ein Erfolgserlebnis. Ich brauche ein Erfolgserlebnis. Hat das einer gehört? Ich das nachher, ist das, hat keiner gehört? Ich habe nichts gehört. Eine Runde spiele ich noch mit. Okay. Mhm. Das haben wir nicht gehört. Wir haben keinen Empfang. Bip, 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 bipp, Bala, Bup. Ich habe ein Schild geweht. Ich habe auch Schild. Oh, du hast nicht Quisp an, ne? Ne Hört damit ernst nicht aus Ja, dann hört man auch pfeifen Los geht's Ja, seid ihr alle fertig? Ich hab jetzt Schade Ups Schade, Schokolade So nichts sagen? Oh, Steffi Ich hab gesagt, gespenst oder Schade Oh, Steffi Ich hab's euch gesagt, gespenst oder Schade Wie im Gleichtakt, wie wir gerade gesagt haben Oh, Steffi Ja, okay Ja, dann lass was anderes nehmen hier Jetzt gecalled Lass mal jeder eine Map wählen Eine unterschiedliche Und der, der gewonnen hat, hat gewonnen Okay, machen wir Ich will die Map Zufall Okay, beide Farmhäuser Perfekt Oh, bitte jetzt das Gefängnis Das Gefängnis, ey, super Ah, war ja klar, dass es ein Farmhaus wird Weil zweimal ein Farmhaus genommen wurde Ja, aber es ist das Kleine Das hatten wir heute schon Ne Doch Das ist das Große Nein, das ist das Kleine Nein Das ist das Große Nein, das ist das Kleine Robert, du kannst auch mal nicht recht haben Hey Hey Das ist das für den Robert-Syndrom Hey Ja, hey Haben Sie schon gesagt Keine Ausrüstung Hey Ja, weil Steffi wieder nicht fehlt Wieder fehlt Weil Steffi nicht fehlt Ja, weil Steffi wieder eine neue Grafikkarte braucht Oh Der Bildschirm spawnt Oh mein Gott, wir haben wieder alles Wow Ist das crazy Crazy Taschenabbebeul, ich will die Taschenabbe nicht Wow UV-Licht reicht mir Ich bin's, der redet jetzt schon mit dir Sprichst du mit mir? Keine Ahnung Ja So UV-Licht ist noch ganz schön hoch Ich habe den Knochen hier hinten bei der Garage Oder da, wo der Ofen ist, besser gesagt Wenn jemand Kamera hat Nö Ich auch nicht Gut Gut, dass wir drüber geredet haben Es ist eine Wirbelsäule Kein Druckrat, dieser Geist Naja, ist ein bisschen, äh, sass, ne? Ach, dir geht's nix Was macht ihr denn da schon wieder? Was machen sie da schon wieder? Ach, er hat nur so getan, als wäre mein Witz witzig Und das hat es witzig gemacht Achso, ja Ja, perfekt Dann hat's ja funktioniert Alles, alles, wie er erreicht Also Witze, die nicht lustig sind, lacht man am Ende ja auch drüber, ne? Ist ja so Nichts Nee, das habe ich jetzt nicht verstanden Habt ihr den Knochen schon geholt? Nö Ja, keiner hat Kamera mit, ne? Also hier oben war jetzt nichts Hier ist überall nichts, irgendwie Bist du hier? Hör, Leck Wo bist du? Sieben Grad, hier auf der Treppe Ich könnte der Bach Dachboden sein Bist du hier? Es ist der Dachboden, Leute Hä? Ich war doch da eben Er mag mich nicht Hallo Hey, das ist Ich will mit ihm sprechen Sprich mit mir Sprich mit mir Sprich mit dir nicht Du musst das Licht ausmachen und wahrscheinlich mit dem alleine sein Ach ja, stimmt Das Licht muss aus sein Licht mal wieder aus hier Oh Gott Bist du hier? Helo Wir sind weg Wir sind unten Oh, wirst du Oh, ich sehe Atem Ja, Atem heißt nix Wo bist du? Heißt Atem eigentlich nix? Nein, Atem heißt nur eventuell Dass du den richtigen Bereich gefunden hast Das heißt ja nicht, dass du Minus Wo bist du? Helen Hall Helen Hall Helen Hall Helen Hall Ich will nicht mal mit ihm sprechen Geh mal runter hier Hier ist der Zirkel Helen Hall Helen Hall Helen Hall Aber das ist groß Sonst ein bisschen umherlaufen Hey Was ist denn das? Schreib ins Buch Achso Schreib ins Buch Junge Was ist denn das? Hallo Riesig hier Aber hier ist auch kein EMF Sicher, dass es hier ist? Ja Wow Wir haben hier sieben Grad Wow 4 Grad 4 Grad haben wir Schreib ins Buch 5 EMF Also EMF 5 Und mein Buch Was ich mitgebracht habe Buch, ja Buch EMF Das ist schon mal gut King Ich sag schade Geist der Buch EMF Es ist ein Spirit Also Gefrier Violett Nein, Gefrier haben wir noch nicht Wir haben Wir haben 2,1 Geist der Buch Und EMF 5 1,6 Grad haben wir Leute Ich meine Entweder ist es Ultraviolett Gefrier oder Box Ja, das ist korrekt Aber du hast es eben anders ausgedrückt Ja, hast du Deine Aussprache war sehr mangelhaft Licht Wer hat das Licht angemacht? Achso Wegen der Gefriertemperaturen Ja, ist richtig Gut Danke, dass du das Buch geschrieben hast Hä, lol Jetzt bedank dich niemals bei einem Geist Wo bist du? Was hatten wir jetzt? EMF 5 Und Buch Okay Oh, 0,8 Grad Okay Sollte vielleicht Gefrier sein 1 Grad 1 Grad? 1 Grad Bist du hier? Ach, Digga Bist du hier? 0 Grad Ist 0 Grad wie Gefrier? Nein Ja, klar 0,8 Nein, 0 zählt nicht Da muss ein Minus vor 2 sein Wir haben genau 0 Grad eben gehabt Ist das normal, dass hier ein fettes Mentor Gramm auf dem Boden ist? Das ist unser Zusatz Wie nennt sich das? Unser verschluchtes Zeugs Minus 0,6 Wir können gehen Ciao Minus gerade? Ja, minus gerade Ich sag nur Shade Ich bin der King Wo war die Wirbelsäule? Äh, unten Äh, unten Äh, beim Ofen Ich hab Shade gecrawled Show wieder Übrigens Wo ist der Ausgang? Unten Unten Ja, unten natürlich Danke Der war wirklich gut Der war wirklich gut Es ist ein Shade Wir müssen doch den Zirkel auf fotografieren Zirkel auf live, Junge Oh, Sanity ist überall bei 0 Naja, nicht wirklich Da ist noch 25 Ne Hä, guck mal hier Hä, was? Steffi 0 Nein Skady ist 2 Nein Du bist 3 Hä, nein Hä, klar Bei mir ist Steffi 26 Skady 34 Und Ist das alles 0? Und du hast 27 Verarschen Und ich hab 25 Jetzt 26 Wo wird mir das anders angezeigt? Ich weiß es nicht Bei dir Buggy vielleicht Buggy? Buggy Mit Bagger und so Robert, komm ich mal an Ja, bitte It's a prank, Bro Alles klar, perfekt Ah, Decker Ich hab dich voll dran gekriegt Ich hab's mir geglaubt Ah, wie lustig Ja Ah, hab ich durch Oh, wow Hast du mich geklämt, Junge Voll dran gekriegt Ja, Wahnsinn Stellt euch mal hin In einer Reihe Du musst noch sagen April, April Wir haben noch nicht April Hast du ein Foto von mir? Oder was? Ja, ich wollte mal Job Topmodel Aber Ihr post halt nicht Ich geh nach vorne Na, posen kann ich, du Was machst du denn? Komm rein hier, hä? Oder wie? Oder was? Ja, ist egal Ich weiß los Kannst du nicht Ich kann nicht losfahren Wenn ihr draußen seid Kann ich losfahren Grinsen, Robert Grinsen Tschüss Tschüss Zu weh Vorsicht Die Bilder jetzt Hier? Ja, hier Ingame Ingame Wo? Ja toll, man sieht nur Hier im Boden Das Dekordte von Skady Hä? Ich bin gar nicht mit drauf Guck mal Doch, hier unten Hier, Robert Da Hä? Nee Ich bin nicht mit drauf Das ist nur genau die zweite Fotografie Oben links Nein, bei mir ist das nicht Hier oben links Warte, bin ich nicht drauf Wo bin ich denn? Ja guck mal Ich bin nicht drauf Ihr beide seid drauf Ich bin nicht drauf Nee, ich bin nicht drauf Ja, bei mir bin ich nicht drauf Wir sind die Geister Wir sind die Geister Einkommen, dass wir los können Nee Wir haben ein Bild gemacht Von dem Bild Hä? Nee, ist runtergefallen WhatsApp Dass man sieht Dass man nichts sieht Ja, man sieht nicht Dass man selber drauf ist Das ist voll dumm Das ist ja lustig Ja, war eine schöne letzte Runde Ja, okay Oh, da war übrigens kurz Hunt, ne? Hunt Der Geister drin Da denkst du so Wo sind denn alle? Buh 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 Oh, der mag mich Jetzt guck mal da auf das Haus Okay, okay Perfekt Nö Ach Gott, ey Nichts sagen Nichts sagen Ja, es ist richtig Das brauchst du nicht raten Das ist ein Schade Schade Oh, ich hab Thermometer freigeschaltet Ja, schöne letzte Runde Hat Spaß gemacht Geil Nee, wir machen jetzt noch eine Nee, ich bin durch Nee, eine Jump-Scare-Runde noch Lass mal richtig hart machen Was? Bitte? Okay 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 Leon, gefällt das? Leon hat sich Gefällt das? Ich könnte Ich glaube Ich könnte es richtig Bevorstehen Wie Leon dich angeguckt hat Was? Aha Das kriege ich vielleicht Für 10 Sekunden hin Danach ist es Oh Lass Komm doch mal bitte rein Und dann machen wir eine Runde Wahnsinn Wollt ich reinkommen, dass wir hart machen können? Oh mein Gott Lass es mal hart machen Sie will es hart, Leon Wie komm ich rein? Wie kann ich denn upgraden? Hilf mir mal Hilf mir mal rein, komm bitte Hallo, ich will upgraden Ich bin in der Nummer Im Shop Wie kann ich Upgraden? Ja Äh, Leute Wie gradet man ab? Kaufen Sag mal nochmal Instream den Code bitte 05 Ich glaube ich hab's auch Achso Hä? Ist schon falsch Nee, warte Nichts sagen Nichts sagen Lass den Code Du musst glaube ich In den Shop Ja Und dann musst du auf das Blüte klicken Ja Mach ich Mach ich Du musst Ja Dann musst du es ja da kaufen können Nö Geht nicht Doch, doch Du musst in den Shop gehen Und dann auf das Symbol drücken Und dann steht unten links Äh, unten rechts Äh Kaufen Nee Für 5000 Nee Doch Nein, es geht nicht Ich guck jetzt in den Stream Ja Was hast du denn freigeschalten? Äh Da steht doch Update Ja Ich drück drauf Da zum Shop Ja, hab ich Hab ich Und jetzt? Musst du jetzt erstmal oben Xen Ja, oben X, rechts Achso, man muss das weg Xen Ja Das muss doch einer mal sagen, Mensch Aufrüsten Das ist voll dumm Ja, dann muss ich das hier auch noch gleich machen Das ist ja voll dumm Da hast du ja gar nichts gemacht Was denn ist so Ich weiß Jetzt Jetzt hast du Aber hat sich auch mal wieder gemeldet Warum ändert sich häufig Äh Keine Vorbereitung Vorbereitungszeit Reduziert Ist da Sanity Genau Lange Jagddauer Und halt Ähm Mehrere töten Fingerdrücke Zeug dir nur kurz Genau Fast keine Verstecke Zuricherungskasten Zu Beginn ist natürlich aus Und kaum Wirkung von Sanity Pillen Okay, let's go Easy Bereit Ja, easy Nee, hast du nicht Doch, hab ich Jetzt Ich schwöre Ich schwöre dir Verrückt, ne Das ist verrückt, ja Und hier steht überall Nichts Ending Ja, weil noch nichts, äh, äh, ist Und so Ich hab einen Schluck auf Geil Warum bin ich eigentlich immer schneller da als Steffi, hä? Ja, weil Steffis PC momentan wegen der nicht vorhandenen Grafikkarte hier rumspinnt Okay So, mal rumspinern, Alter Ja, geil Bevi hat immer noch keine Grafikkarte Dass sie das, dass, dass sie das Spiel überhaupt spielen kann, ist ein Wunder Ne, wo kann ich's machen, oh Kamera Bevi, ey, ich wollte dir mal sagen, du hast Schluck auf und so Mach Steffi mal nach Hat jemand ein Fotoapparat? Ja Ja Oh, da Jetzt wurde ein Ball nach mir geschmissen Ein Ball? Ja, mir ist grad ein Fußball entgegengekommen Was ist denn? Wo ist denn der Ball? Oh, hier drei Schreib ins Buch Schreib ins Buch Hier irgendwo war er Hier packt eine Zeltplane rum, ist das so? Was soll ich denn mit dem Fotoapparat dann? Ne, ist schon erledigt Schreib ins Buch Okay Hat Robert schon gemacht Digga Hand 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 Ich kann mich nicht verstecken, ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Wo denn? Im blauen Zelt Skady wieder ganz allein Ja, fuck, er kommt mir denn her Ich kann nicht mehr sprinten Skady ist wieder ganz allein Er ist schnell, er ist sehr schnell Ja, ich bin down Skady, du bist wieder alleine Er ist selbst drin Er ist selbst drin Letzten Glückwunsch, die sind wieder alleine Ich hör ihn Ja, er läuft Schreib schon mal irgendwas ein Achso, ja, perfekt Achso, was denn? Ja, irgendwas Keine Ahnung Ich bin dann nur nicht Ich bin dann ein Handtuch Dämon Das ist safe, ein Handtuch Schreib Hand Ja, er ist da Ja, das ist sehr gut Ich hab Dämon genommen Schön Toll Super Schnellste Runde Überhaupt Du wolltest es hart, Schatz Ja Wenn es hart sein soll, ist es schnell vorbei Lass es mal richtig hart machen Ja, das war ja Ein Raichu Oh, ein Raichu, schön Wie viele Punkte? Oh, 17 Dollar Schön Gut Das war noch eine schöne letzte Runde Ja Das zählt nicht Das zählt nicht Auf gar keinen Fall Wollen wir sonst noch was anderes spielen? Ja Nee, hä? Wie, was? Übrigens, ich werde demnächst mal Dings spielen Äh, Infinity Kannst du doch nicht Rubel Aus deiner Konsort Vornzone rausholen Oh, Franzi Die kennst du denn nur Ich werde demnächst mal Infinity Craft spielen Und versuche mal 10 Äh, 1000 Wörter zu Äh, zu schaffen Und, beziehungsweise 10 Neue Wörter Will ich, äh Erschaffen Das heißt, ein Wort Das noch keiner hinbekommen hat Auf, auf, äh Auf der Welt Ich hab das jetzt Bei Gronkh gesehen Genau, Infinity Craft Richtig geil, ne? Ich will das auch mal spielen Ich hab's null verstanden Ich, ich, es, also Ich kann's dir in Kurzfassung erklären Du hast, äh, zwei Wörter Die du zu einem Wort, äh, kombinieren musst Mehr ist das nicht Aus zwei Wörter Aus Feuer und Wasser Machst du zum Beispiel Element Und aus Element Und Feuer Machst du, äh, äh Feuersturm Und auf Feuer und Feuer Machst du, äh Machst du Waldbrand So was, in der Art Das ist, ist, ich fand das richtig geil Ich hab, ich hab mir gedacht Äh, das mach ich mal im Stream Das mach ich mal im Stream, ja Hab ich mir mal gedacht Naja, wenn ich Feuer und Feuer habe Dann mach ich doch nicht Ein Waldbrand Und sonst mach ich Das war ein Beispiel Ja, mein schlechtes Beispiel Es war ein Beispiel Es kommen übrigens auch Es kommen übrigens Man kann übrigens auch Sehr verbotene Wörter da Wahrscheinlich auch kriegen Die darfst du natürlich Dann nicht vorlesen Er hat Kronkh auch gemacht Kronkh hat auch ständig Ja, ja, sag es nicht Sag es nicht Ey, es haben so viele Schlechte Wörter Also So schlimm ist das nicht Guck mal, wenn Gronkh Tausendmal in den Stream Hitler gesagt hat Da wird dir hier auch nichts passieren Ich weiß, was du meinst Aber ich Ich versuche Das zu vermeiden Im Mindscreen Nur mal schon aufgeschrieben Wo muss ich katten Nein, es ist okay Ich weiß ja, was er meint Ich katte das mal nicht Wollen wir denn noch was machen? Nö Nö Also ich will Ich will fast vor weiterspielen, ja Er spielt doch weiter Nur weil ich jetzt aufhöre Ja, verstehe ich auch nicht Warum Ich aufhöre Ich verstehe auch nicht Jetzt könnte doch jemand anderes mitmachen Zum Beispiel Miller Der bereit ist Der spielt The Rocket Ja, ich weiß auch nicht Rocket League Also das ist überhaupt nicht mein Spiel Nö, meins auch nicht Hast du mit Lisa gespielt? Ich habe Ich Keine Ahnung Aber gut Das ist absolut nicht meins Man muss dazu sagen 99% aller Spiele Sind sowieso nicht meine Spiele Muss man dazu sagen Das stimmt Oder wollen wir Veteran spielen? Nein Nein Wenn Velo rennt so schlecht Da muss ich erst vor allem Bier trinken Damit ich überhaupt was treffe Ach gut Dann Was jetzt? Ah, ich bin runtergefallen Ja Ich weiß es nicht Steffi Steffi Ja, hä? Steffi Hä? Wie jetzt? Warum wegen mir? Mir ist es völlig egal Was wir spielen Ich bin überhaupt erstaunt Dass Robert überhaupt zulässt Um was anderes zu spielen Ne, mach ich ja nicht Ich frag dich ja nur Ob wir weiterspielen wollen Er will Phasmus spielen Er will weiterspielen Ist Max sonst da? Möchte Max noch mitmachen? Max ist Okay, ciao Okay, ciao Leon Ciao Ja, ich werde auf jeden Fall Die nächsten Tage Infinity Craft spielen Waut auf, hab ich Bock Ich will 10 neue Wörter kreieren Und 1000 Wörter erschaffen Das könnte so richtig lustig werden Wir können auch mal Fortnite probieren Wenn ihr wollt Oh, ich hab doch Fortnite nicht runtergeladen Ach, Rubi Lade es runter Ich glaub, ich hab immer noch Apex drauf Und das kann man zu dritt spielen Ich hab das nicht drauf Ich auch nicht Hab's wieder runtergehauen Ja, weil's scheiße ist Ne, wollte ich nicht Der spielt jetzt schon Spiele Die nur zu dritt gehen Hä, macht gar keinen Sinn Also Lisa und ich Haben jetzt vor Einige Spiele zu kaufen Die sie ausspielen kann Und dass die heißen Folgen Und zwar Das ist total komisch aus Einmal dieses Slamland Leon ist eben aufgestanden Wir haben ja so einen Spiegelschrank hier Unser Spiegelschrank vorbeigelaufen Was durch geht angeguckt Hat er völlig Angst bekommen Er fühlt sich vorher richtig sexy Sexy, sexy Sexy, 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 sexy Milla, möchtest du mitspielen? Pass mal Milla, wir warten auf dich Max reagiert nicht Max ist im Log Im Log Ihr seid immer so witzig Witzig ist mein zweiter Vorname Der war irgendwie cringe, oder? Ein gebildeter Leon Der war richtig cringe gerade Du bist auch cringe Ja, bin ich auch Also Geh dazu Ich möchte dann irgendwer mitspielen hier Max Müller Möchtest ihr mitmachen? Wir können doch auch zu dritt reingehen Das ist doch nicht schlimm Oder Valorant Valorant Ne Also Ich spiele mit Aber ohne Stream Milla ist raus Weil ich spiele kein Valorant mehr Im Stream Das ist so peinlich Weil ich so schlecht bin Abfahrt Ja Save, Mann Ich bin der schlechteste Valorant-Spieler aller Zeiten Auf Amokast hätte ich mal wieder Bock Ja, dann brauchen wir aber neun Leute Mindestens Ja Ja Valorant Ich hätte auch mal wieder Bock drauf Ja, Valorant funktioniert ja wieder Wir können ja sogar Paul fragen, ne? Der wäre ja dabei Was? Weiß nicht Er muss ja morgen weg, ne? Ach ja Stimmt, ja Weiß nicht, ob er schon im Bett ist Wahrscheinlich schon Dann können wir auch zu dritt machen Äh, zu dritt ist Kacke Da ist, äh Hä, du wolltest die ganze Zeit zu dritt spielen Und das ist auch immer nicht Bist du bescheuert? Das ist Valorant, aber Kacke So, das meinst du Ja Oder wir nehmen jemanden aus dem Chat Gady hat fünf Zuschauer Da wird ja wohl jemand dabei sein Der Valorant spielen kann Naja, was heißt fünf Zuschauer? Das bist du Das ist Miller Das ist schon Max Sind denn noch zwei? Ja, aber immerhin Denn Leon kommt noch zu Genau, diese zwei brauchen wir Ja, dann lass doch einfach zu dritt Valorant spielen Dann ebenso mit zwei anderen Ist doch auch nicht so schlimm Ja, dann spielen wir zu dritt Valorant Oh, ihr seid solche Pappenasen ein Wir? Was wir? Was für wir, hä? Wollte schon sagen Nur ich, Mann Ähm Einen Moment Ich würde ja auch gerne hier Fortnite mal ausprobieren Nein, um Gottes willen, bitte Ja Ja, darauf hätte ich auch Lust Niemals Fortnite zu spielen Gottes willen, nein Leon hat sich auch Fortnite runtergeladen Welcome back Fortnite ist übelst einfach, Robert Okay Und Lisa hätte auch mitspielen können GbD hätte ich auch noch Bock Aber Lisa ist schon mit Betty Ich würde ja morgen Fortnite spielen abends Oder wieder Sounds of the Forest rein Oh, ich hätte da mega Bock Nee Dann gehen wir in Pokémon rein Warum installieren? Was installiert ihr jetzt schon wieder? Pokémon oder was? Polvolt mal spielen Wollen wir mal Polvolt spielen? Oder Palvolt Das würde ich mir auch übrigens holen, ja Das würde ich mir auch unbedingt Ich finde das Spiel so gut Kostenlos Ich habe da nur einmal kurz reingeguckt Echt? Ich weiß Jaja, das ist komplett kostenlos Was? Palvolt Palvolt? Doch, Palvolt Nein Nein Nee 40 Euro Wie viel? 40 Nee 30 Palvolt Warte, ist es das? Moment Ja, 30 28,99 Das Ja Das kann man auch mit mehreren Spielen, ne? Boah Auch mit PS5 zusammen? Äh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht Ja, perfekt Hallo, redet ihr mal? Hallo, na, was geht? Headset Was ist denn los? Dein Headset? Ja Okay, die F Hat einen Wackelkontakt Was ist F? Hat einen Wackelkontakt Ich Redet mal 1, 2, 3 Hallo Na Scheiße Man sieht noch nichts Deswegen noch Pause Geht gleich weiter Wir sind installiert noch Ja, bei mir Hä? Okay Hä? Stream ist beendet Nee Hä? Bei mir ist Game Over Ich glaube, mein Headset hat es komplett zerrissen Ich höre euch nicht mehr Ihr müsst zwischendurch auch mal reden Ja, bei mir ist alles vorbei Wir reden die ganze Zeit, Robert Redet mal Wir reden die ganze Zeit Was ist denn das für eine Scheiße? Mir geht nichts mehr Hört man nichts Hört ihr mich? Ja Ja, okay Okay, das war's Der Stream geht aus Ich höre euch nicht Sorry Ich sehe, dass ihr redet Aber ich höre euch nicht Ich muss den nebenbei Musik laufen lassen Im Hintergrund Kopfhörer vielleicht einmal an und aus machen Kann doch einfach nicht wahr sein Ja, das Headset hat sich schon angedeutet Dass es kaputt geht Ja Was soll ich machen? Ja, weil Geht bei mir auch nicht Ich höre euch Ich höre euch Ob die zu Red Event funktioniert Aber Es ist alles abgekackt hier Ich habe die Zugangsdaten nicht Das müsste aber euch hören Übrigens Ich kann euch über den Stream hören Stimmt Mach mal meinen Stream an Dann höre ich euch Über meinen Apple Kommt Redet mal Hallo Hallo Ah ne, hört man nicht Weil Boxen aussehen Boxen aussehen Redet mal Hallo Hallo 1, 2, 3 Hörst du uns Dein Stream noch an Ja Ja Ja, über den Boxen höre ich euch Aber es ist ein Delay leider Voll dumm Mein Stream ist komplett abgekackt So Echt jetzt? Dein Stream ist auch aus? Ja, auf einmal stand nur Zuschauer Und Becci hat nur FFFF geschrieben Und irgendwie Hat er mir ganz komische Sachen angezeigt Redema Hallo Ich höre euch zumindest auf der rechten Seite gerade Für euch auf der rechten Seite Ich weiß, aber so will ich nicht spielen Dann muss ich morgen los zum Mediamarkt mit neues Headset Morgen ist alles zu Oh nein Ja, dann kann ich ja morgen auch nicht spielen Ich habe noch Kopfhörer zu Hause Ich habe auch noch Kopfhörer hier liegen Ich habe hier so normale Kopfhörer Die könnten funktionieren Aber Mach Ja, mach doch, hä? Ja, okay, dann hole ich die mal Okay Ja, bei mir aktualisiert er gerade relevant Hm Geht aber schnell Warum spielen wir die mal Fortnite? Warum hat er es nicht hart? Nein So bescheuert Warum schmeißt er immer solche guten Spiele runter? Verstehe ich nicht Ja, Romo Sei doch bitte nicht so nervös Was ist denn los? Geht sie mir mal wieder kuscheln So Ich bin drin, ja? Ja, ich bin jetzt bei 25% Dann wird meine Maus übel Langsam Ich bin drin, ja? Redet mal Eins, zwei, drei Ich höre euch Ich höre euch Ja, es sind wirklich die Kopfhörer Die sind am Arsch Miller sagt eher PUBG als Fortnite Oh nein Ich kann nicht Ja, PUBG Was ist das? PUBG ist ein Battle Royale Game Einer der ersten Battle Royale Games Noch vor Fortnite Ich hatte mal einen Patienten Der hat mir das empfohlen zu spielen Tatsächlich Der war nämlich zu Hause krankgeschrieben Ich weiß gar nicht, wegen was Ich glaube Rückenschmerzen Und der hat gesagt Er ist nur noch am Zocken Aber das ist schwer Das ist halt so ein Sammelprinzip Du musst Helme sammeln Du musst Rüstung sammeln Du musst Schuhe sammeln Aber am besten läufst du Barfuß rum Weil Dann hört man deine Schritte nicht Also Ich Ich hab das viel geguckt Bei Lost Ich weiß nicht, ob ihr den kennt Der heißt Lost Aiming Nö Ist ja jetzt ein Poplost Und der Der hat das so Ziemlich als allererstes gespielt So Kommt jetzt mal bitte Danke Nicht drucken Ich will nicht drucken Gib mir jetzt das, Mann Hallo Als wenn Becci jetzt tatsächlich Hier schon Zeit hätte Als es mich noch Das ist wirklich Das funktioniert Na gut Das Headset hat jetzt Drei Jahre gehalten Das muss ja auch irgendwann reichen Drei Jahre? Drei Jahre hat's gehalten Ist das jetzt viel oder wenig? Das ist die Frage Ich finde das ziemlich wenig Ja Finde ich allerdings auch Dafür, dass es Fast 70 Euro gekostet hat PUBG war der Vorreiter von allen Bester Shooter Nein Nein Dings war noch davor Wie heißt dieses Scheiß? Äh Irgendwas mit Zahlen und Buchstaben Wie hieß das? Der Vorgänger von Ja Irgendwie Äh Ihr seid alle offline Ja, wissen wir Ich komme ja Ich bin online Ich komme ja gerade nicht rein Du bist nicht da Doch Nicht Heißt du denn anders? In der Black Squad 0611 So Dann habe ich dich noch nicht Wie heißt du? Äh Ich habe doch noch nichts gesagt Das geht mir ja jetzt hier Überprüfen Das geht mir Das ist ein Tag Oh Ja Richtig, hast du gesucht? Hm? Hat das geklappt? Hast du eine Einladung? Hm Hm Musste man sich mit der E-Mail-Adresse anmelden? Ja Ja Also ich muss mit Lisas Apple-Konto Wie heißt dein Hashtag? 0611 Jetzt? Nee Wie heißt du dann? Ähm Gadi CX Das ist C groß Gucken wir uns dann nochmal Und 5079 Was? Sonderzeichen sind nicht erlaubt So Scadi was? Ähm Scadi CX Das ist C groß Und 5079 H1 Z1 Genau H1 Z1 War der Vorreiter Von allen Genau Das meinte ich's mit Zahlen und Buchstaben Das war der absolute Erste Bette Royale Überhaupt Das kenn ich ja gar nicht Ja Das ist auch schon 10 Jahre alt Gefühlt Hast du? Ich find dich auch nicht Ich komm leider nicht rein Ich hab mein Passwort vergessen Oh Achso Das sind die Äh? Da G CX 5 was? 5079 5 0 7 9 Nein Ich kann da nicht Und du heißt nur Black Squad Leider ist bei deiner Anmeldung ein Problem aufgetragen Ja ganz normal Black Squad mit B Groß Black Squad 06 11 Ohne Leerzeichen Ich raste hier gleich völlig aus Ich komm nicht rein Warum muss man sich denn jedes Mal bei so ne Scheißspiele neu anmelden? Jedes Mal Obwohl man die auf angemeldet bleiben drückt Es ist irgendwann wieder nicht angemeldet Was ist das für ne Scheißsystem? Ich raste aus Wirklich Ne Es steht Es steht da immer Ich möchte angemeldet bleiben Es funktioniert nicht Müller kommt auch Ja Dann könnt ihr zu dritt spielen Ich bin hier nicht mehr mit Ding ist over hier Passwort vergessen Als ob du An Also Ja mein Passwort Mein Passwort funktioniert nicht Ich weiß nicht warum Du hast doch Hast du nicht immer dasselbe? Erinnerst du es jedes Mal? Nein natürlich nicht Aber ich hab vier verschiedene Und alle gehen nicht Hat er bestimmt noch nicht probiert Oh ne ne Er tut mir so Hallo Hallo Zwei Mal Ach ja Hallo Julia Ach ja Ich hab ja Skedi auch noch auf Wurde schon sagen Warum höre ich euch doppelt Ja äh Das Ding ist wohl over Probier es weiter Überleg dir noch andere Passwörter Oh jetzt hat es funktioniert Das ist aber komisch Ich hab dasselbe Passwort nochmal eingegeben Es hat funktioniert Anscheinend musst du dich ja irgendwie verschrieben haben Nein hab ich nicht Ich hab es ja kopiert Nein natürlich nicht Ich hab es kopiert Ich kann mich nicht verschrieben haben Mein Passwort ist ähnlich lang Das geb ich gar nicht ein Geht aber nicht immer Ne anscheinend nicht Aber jetzt bin ich drin Er sagt doch er ist immer der Beste Paul Ist er da Ne ich spiel lieber gerne ohne ihn Warum Weil er so äh Denkt er ist der Beste Er ist gut Ich hab mir mehr zu viel Das ist Weiß ich nicht Das ist anstrengend ihn zu spielen So was Ist doch cool Und dann wenn du einmal triffst Und das ihn auch noch triffst Oder so Also wenn du gegen ihn spielst Und ihn triffst Hä Wo willst du Ende Geil Hast du mich rausgeschmissen Ja Milla hat mich eingeladen Ähm Okay Dann verlass mich What the fuck Will ich das jetzt über den Boxen Äh Spielen Ich hab ne Einladung Beitreten Ja wir sind Wir sind zu viert Wir müssen jetzt einen suchen Ne So Jetzt könnt ihr euch hier Gegenseitig als Freunde nehmen Und dann Hier ist eine Aussage Ein Mann der zu Hause bleibt Und sich um die Kinder kümmert Ist nicht wirklich ein Mann Diese Aussage Stimmt 34% der Millenials In Deutschland zu Millenials sind die Von 1980 Bis 1995 Das ist ja totaler Müll Milla komm aber lieber Discord Das ist sonst Das ist besser Ingeben reden Ist immer so ein bisschen komisch Weil wir können ja mit dir Nicht ingeben reden Können wir schon Aber ich weiß nicht mal was V muss man drücken Ne Hallo hört man mich ingeben Mhh Ne Ich hab das sowieso aus Ich hör niemanden Achso Ja ich hab Ich hab Milla gehört Er hat gerade geredet Aber er soll mal Discord kommen Lol Ich bin Level 14 Wie hab ich das denn geschafft Hier rumgepimmelt Hey moin Was geht Na Wie geht's euch Alles gut Hm Jo Wie läuft Rocket League Och bescheiden Och bescheiden Ich wollte Rocket League Also Epic Games Mit Mit Steam verbinden Und Ja Und jetzt bin ich wieder bei Null Ach Hör auf Voll an Ja Bescheiden Sag ich ja Hallo 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 Oh Oh der muss ich erstmal leiser machen So Ja ja Mich musst du immer leiser machen Ja Roat Willst du gleich losbrühen Wahrscheinlich Ja ich brühe gar nichts hier Ey Äh Aber wir müssen dann ungewertet Ne Ja klar Geht ja auch nicht Ernest Ich bin noch nicht Stufe 20 Ungewertet Geht gar nicht Achso Ja geht gar nicht So rein da Oder warten wir noch Irgendwie Ne Ich muss noch Ich muss meinen Titel noch ändern Lol Das ist egal Skedi hat das schon vor einer halben Stunde gemacht Ja ich hab hier keinen Mod anscheinend der anwesend ist Das ist aber ganz komisch Komisch Ja wir sind neu Also wir haben schon ein bisschen gespielt Aber wir sind halt schlecht Ich würde eher sagen wir sind schlecht statt neu Außer Miller Mit Level 84 So Level hat gar nichts zu heißen Hm Ranked Das hat was zu heißen Ach hier Weil Dustin fragt Ja Okay Genau Lass dich berieseln Dustin Hm Level 600 Ja ich hab heute so viel Radiant Spieler zugeguckt Alter Da siehst du kein Land Die sind voll drauf Ne Die Die visieren an Und die denken Da kann einer kommen Und da guckt nur ganz kurz der Kopf Und dann Pop Sind die weg Hm Verrückt ne Ja Und dann laufen die sich in Wolf Weil die einen Teufel tun Nochmal zu pieken Also ehrlich Ich hab hier irgendwelche Kopfhörer Ist das Ziel dieses Season Ja okay Dann Was bist du denn Ranked Ja dann Dann geh raus Dann lass uns mal mit denen Mitspielen Wenn er Bock hat Mit denen Achso Immortal 3 Boah Achso ja Die ja ist noch vor Immortal Tobi ist Immortal Was sagtest du Tobi ist Nicht Immortal Der ist sogar noch höher Der ist Radiant Ja Tobi ist richtig Ja Tobi ist richtig stark Ja dann Warum kommt er nicht mal rein Ja weil Ich wollte ihn schon fragen Was mit seinem Discord ist Und so Aber Er hat gesagt Ranked würde er mit uns Niemals spielen Verständlich Er würde mit uns Wahrscheinlich Nee aber Du kannst ja Ungewertet rein Können wir ja eh nur Wir sind ja nicht mal Level 20 Ja Aber Ey dann brauchst du Das denn Dann brauchst du aber Quasi Ein Downranked Account Ne Genau Du brauchst hier nicht mit Radiant oder was Nicht was reinkommen Das macht ja gar keinen Sinn Da kann ja gar keine mitspielen Auf jeden Fall Tobi ist ein ganz krasser Dude Der ist richtig krass Du kommst nicht mit dem Main Ja dann kommen wir etwas anderem Was sehe ich hier wie Silber oder Bronze Oder was weiß ich Keine Ahnung Oder Pappe am besten Hä lol Ja dann ja Würden wir einen aus dem Chat Mitspielen lassen Also Wenn er möchte Ja dann Ist egal Ja dann Let's go Dann lass uns hier raus Also wir haben ja noch nicht gestartet Ne Ne ist wieder Miller hat wieder abgebrochen Ja Dann lass uns ihn mitnehmen Wie heißt denn Ingame Dass Miller dich einlädt Oder wer hat die Gruppe aufgemacht Ja Miller Miller 84 ist ja schon Krass Ja Aber wir sind richtige Noobs Ne Muss man ehrlich dazu sagen Oh Jetzt hab ich das Spiel Steffi redet gar nicht mehr Ne geht so Entschuldigung 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 Warst du gar nicht Eine ganze Zeit stunden Oder was Kommt das denn dazu Oder Ja der kommt dazu Oder du warst weg Das dann kommt dazu Dann machen wir das Dann machen wir das Das dann aber noch nicht Im Discord Also das ist ja Also würde ich jetzt sagen Sondern eher über den 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 Chat Also Ingame Voice Ja mit ihnen zusammen Ja ja Kannst du mit ihnen reden Ja über Also Discord Ja du Man kennt sich ja auch nicht Weißt du Also bevor da irgendwelche N-Bomben gefallen Oder gedroppt Oder was ich was Ja Ich weiß ja nicht Ob er sich mit den Twitch-Regeln auskennt Ja danke Das dann Lädst du ihn ein Ja dann lad ihn mal ein Ich muss erst mal gucken Wie ich den Chat hier wieder anmache Ne Du musst dich mit ihm Befreunden Ach er ist selber Streamer Ja dann ist ja easy Streamst du jetzt gerade Ja Ja das sagen viele Ja gut das sagen auch viele Wie Wie mache ich denn Die sind doch Standard an bei dir Oder nicht Ich habe den Kompletten Team Voice Ja Geh mal Geh mal nach ganz Ohr Ja geh mal auf Audio Und der Achso Warte Wie war denn das Nummer Brachchat Brachchat Ja und dann Team Brachchat Grob mal an Grob mal an Ja genau Ja genau Wo machst du das Bei Audio und dann hast du oben nochmal Geräusche, Sprachchat und Sprachausgabe Und was machst du dann? Und was nimmst du dann? Ne ich habe keinen Sprachchat Ich habe allgemeine Audioeffekte, dann Sprachausgabe Ach da Sprachchat, ach da oben ist noch ein Reiter, lol Dein Video-Lautstärke Okay Push to talk Ne da, genau, dann oben Nochmal ein Hörer, weil du bist jetzt auf Geräusche drauf, dann hast du allgemeine Lautstärke, Soundeffekte, Sprachausgabe, aber hast du oben nochmal was Sprachchat ist bei mir Team an, reicht also, ne? Ja, ist doch okay, wo ist deine Taste? V wahrscheinlich, ne? Äh, V, ja, ich weiß nicht Funktioniert das? Wenn ich V Hallo, V, V, V Aber das Ding ist, dass ihr Funktioniert aber nicht, ne? Hallo Dass du, dass du, ja, du, du musst denn die andere muten, weil man sonst alles doppelt hört, ne? Ja, kann ich machen Äh, warte, ich such dich sonst Hört ihr mich denn? Äh, warte Ja, rechtsklick Lautstärke Check, check, check Hört ihr mich in Game? Ne Hört ihr mich in Game? Boah, warte, ich muss ja immer dich dann Ne Warum nicht? Hä? Huh? Ich hab Sprach, äh, Chat an Ähm Ist an Push the talk Ist, push the talk V, ist bei mir an Es kann auch sein, dass ich euch gemutet hab Hört ihr mich jetzt, ne? Weil ich, weil ich euch im Discord höre Oh, jetzt ist weg Das ist korrekt, aber Hört ihr mich denn jetzt? Richtig ist, ob man mich hört Wie leuchtet das denn nicht auf? Ja eben, bei Becky hat's halt aufgeleuchtet Ja, ich drück halt auf der Maus die Tasse Und warte mal, ich such die Maus Da sind's die Und das Ja, ja, und das ist das, was ich meinte, dass man einen immer doppelt hört Ja, ja, ich weiß Okay, perfekt Das funktioniert Ja, ich hör euch Oh, J-Chat Also Becky war ich, aber Ich kann nicht reden Ähm, ihr müsst euch drauf einigen, ob ihr Sprachchat Party oder Sprachchat Team anmacht Weil der Teamchat funktioniert in der Lobby noch nicht Der funktioniert nur ingame Der Teamchat funktioniert auch in der Lobby Ja, Gruppe oder, weißt du? Ach so Genau, den Gruppensprachchat müsstet ihr einschalten Der funktioniert auch hier Gruppensprachchat Ach da Hört ihr mich jetzt? Ne Doch, Gruppensprachchat ist bei mir an Also Sprachchat-Gruppe, ja? Ja, ist bei mir jetzt an Ist bei mir jetzt an Hört ihr mich? Hallo? Nein Ja Doch, hören die mich? Sehr gut Ich hör dich, ich hör dich, ähm Im, im Stream, ja, aber nicht hier Ich hör dich Der würde hier unten irgendwas ausschlagen Hört ihr mich? Ja 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 Ja, bei mir geht's nicht Dann drück mal U U? Ey, dann lad es doch einfach ein Ist das Motto-Kack-Insignis hier Hä? Bei mir ist es auch U Ja, weil der Party-Boys-Chat einen eigenen Shortcut hat U ist Party, V ist Team-Boys Boah, sowas muss man erst mal wissen Ja, das wollte ich gerade sagen Weil ich mir das schon fast gedacht habe Hört ihr euch ja? Dann mach ich euch ja Ja Ich mach euch ja Jetzt hören wir euch alle Mit Rechtsklick kannst du alle leiser machen, ne? Mit Rechtsklick kannst du alles leise machen Rechtsklick auf, auf den einen, äh, auf die Leute Kannst du alles auf, äh, Mute gehen, ne? Und das ist dann auch In-Game-Mute, oder? Ey, denn, ey, dann lad das dann doch ein Ist das gut? Ich glaube, er ist ein sympathischer Das macht ja, das macht ja so keinen Sinn, ne? Ja, das stimmt Ähm Hast du das da mit? Ne, hast du nicht, ne? Achso, ach, warte Äh, hast du das schon eingerichtet mit Ausrufezeichen Discord, oder so? Ne, ne, ne? Soll ich das rein? Ich kopiere das einmal Okay, gut Und schick das einfach mal in den Chat hier rein Ja Dann gehst du, dann gehst du mal drauf Und dann, und dann kommst du einfach rein Er hört den Steam wahrscheinlich auch Ja, das geht nicht Ja, hätte sein können Ja Ne, dann muss er bloß seinen Discord-Namen schicken Und dann kannst du ihn einladen, fertig Das geht auch so, wenn sie ihm eine Einladung schickt Hä, warte, was ist das? Das ist auch, okay Das ist richtig Ja, weil da eben Packs irgendwas stand So, Moment Wir müssen die auch nochmal mit regeln Ich wäre sonst auch im Discord Aber wie gesagt, mir ist beides recht Ich verstehe das absolut, dass man hier vorsichtig ist Nun komm rein, guck in Chat, da hast du einen Link Und da kommst du rein Ja, ich sitze schon unten im Zuschauer-Talk Achso, ja, Moment Wie ist denn das nochmal? Willst du? Ach, ja, es geht die Ja, das mach ich nicht oft So, bitteschön Ah, okay, danke Hallo, Zeno Hallo Hallo Also, aber nicht sauer oder böse sein Nein Es gibt hier nur einen guten und das ist der Miller, ne? Die anderen sind alle gut Alles gut Ich denke Ich denke mit Radiant Nein, dass ich nicht gut bin Nein, Radiant war ich noch nicht Immer drei Wir wollen ja bei den Fakten bleiben Radiant ist das Ziel Aber letzte Season war es leider ein bisschen zu knapp Zwei Stunden vor Seasonende haben mir noch zwei Wins gefehlt Und dann war mein Internet weg Boah, fuck Es wäre eine Punktlandung geworden Also ich hatte einen guten Tag Hast du Anzeige geschaltet? Du glaubst gar nicht Ich hang bei der Telekom in der Hotline Abends um 23.30 Uhr Hab ich da Stress gemacht beim 4-6-Stunden-Support So einer sind die Server offen gegangen So Leute Ich hab zu tun Ich brauch Internet Ich biete Content Warteschlange Okay, warten wir mal ab Vielleicht kriegen wir Bots Geil Hä, Bots? Ehrlich? Ja Irgendwas gibt's hier auch? Ja Wenn du keinen Gegner gefunden hast Kriegst du Bots Als ob man nichts findet Erstmal wartest du fünf Minuten Auf deinen bevorzugten Servern Ab der fünften Minute Queust du auf allen Servern Die verfügbar sind Und einen akzeptablen Ping haben Also alles bis hin Und dann kommt noch dazu Die Gegner müssen ja auch ein Team sein Wir sind ja auch ein Fünfer-Team Ja, bevorzugt gegen 5-Stacks Ab der fünften Minute gilt die Regel nicht mehr Achso Ab fünf Minuten Queust du gegen alles Auf allen Servern Wo dein Ping unter 100 ist Okay, wer hat unter 100? Oh, 5-Stack Das ist immer so ein Ding Also mein Ping ist Mein Ping ist wegen meinem 10-Meter-Kabel Nur 33 leider Ach Mensch Musst du umstellen, Robert Warum packst du nicht einfach alles auf die andere Seite? Das geht nicht, weil die Vögel da sind Und die Vögel dürfen nicht am Fenster stehen Wegen Sonneneinstrahlung Achso Ist natürlich im Winter Echt Im Winter ist es natürlich egal, ne? Klar Ist es am Fenster kalt, Robert? Das sind Wäldensittiche Nein, nicht wegen Kälte Es geht nur wegen Sonneneinstrahlung Die können ja nicht ausweichen Die Wäldensittiche wollen nie In direkten Licht sitzen Ab ins Schlafzimmer Ja, was soll denn das? Bitte Ja, was denn? Bin ich zu laut? Bin ich zu leise? Bin ich gut zu hören? Ich hab dich auf 95% Also alles gut 95% Aber dir überdröhnt ja sowieso normal alles Bei mir muss es überdröhnen Das gehört zu mir dazu Ah ja, du bist ein richtiger Knossi Ja Übertröhnen Ja Geil Das ist auch überdröhnt Ich brauch unbedingt neues Headset Kannst du mal eins empfehlen? Ein Headset? Ein Headset? Ja Ein gutes HyperX Ja, das ist ein bisschen zu teuer Ja Du hast gesagt Ein gutes Match gefunden Du hast gesagt ein gutes Ja Ja, ein Mittelklasse halt Ich wäre jetzt mit Astro gekommen Ach Astro 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 ist mir so mitteltönig Ja Also was besser angeht Ist Astro halt nicht so geil Ah Er nimmt die Rayna natürlich Ja, ich hätte mich angepasst So ist es nicht Nee Nee, nee, nee Rayna passt schon zu Radiant Wir haben keinen Rayna Ich hab's nicht mal freigeschaltet Ja Also ich hätte zur Auswahl jetzt Rayna, Jett, Waze und Phoenix gehabt So Hauptsache ich hab einen Duelisten Damit fühl ich mich wohl Der Rest ist mir egal Nee, ich bin eher so der Smoker Und das lieben wir alle So, oh, Müller Dich bräuchte ich Ich bräuchte dich Ja, ja, genau Ich bin in meine Ello Kein Problem Wir ziehen dich da schon durch Aber die fehlen uns Die Seelen, die du verzehrst Hörst du ihre Stimmen So wie ich Wo, wie ging das nochmal? Hier M drücken oder was war das? B B war das B Ja, du brauchst aber jetzt nichts kaufen Ja, okay Ich kann was kaufen, ja Aber auch nur Zum Verteidigen Ich gehe B Das macht keinen Sinn Ich bin A Ihr seid alle A Ja, alles gut Ich gehe bitte Kann das sein, dass die jetzt besser sind als wir oder so? Oder ist es nicht wie ranked? Der höchste Rank im Enemy-Team ist Bronze 1 Der Rest sind noch unter Level 20 B Oh mein Gott Ich schieße direkt Ich betrottel Keine Ladungen mehr Loll Das war ja Oh, 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 oh Megadon Bitte schön So, ich hab nicht mal was gesehen, Junge Ich bin hier mit mir selbst noch beschäftigt Ich hab gar nichts gesehen Ich hab' gar nichts gesehen Ich hab' die mit Profis, was die Phase Verletzt sie nochmal Aber die waren noch echt Ja Waren schon gefühlt Bots Also das Movement von denen ist sehr fragwürdig Okay, nochmal eine Runde sparen, Leute Nichts kaufen Ich hab' schon gekauft Skadi, komm mal her Ich hab' jetzt gerade gekauft Ja, der schmeißt weg, Robert Ne, ne Also, also Danke Was hast du bekommen? Nein, schmeiß weg Warum? Zu spät Ah, ist frei Ach, Robert, danke Ich komme Die Schatten bewegen sich Oh, oh, nein, ich hab' vergessen Spike in Mitte Oh, ah, okay Spike in Mitte? Ist aber ich der Bot Stehle die Sicht Drei Seelen Ein Gegner übrig Das ist doch nicht alles weg hier Ich will auch noch was Neu Also, hier gibt's Profi-Gameplay-Kapper Ich hab' nicht mal'n Gegner gesehen, ne Ja, die sind aber auch alle in die Wäsche Mitte, 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 Mitte Wie rennt man nochmal? Das Bike klickt Achso, der Bike klickt Oh Gott Ruhe Nicht Hauf, hauf, nicht gehen Robert, Ruhe Er hat mich weggeholt, wenn der so getrampelt wärst Lol Der Gegner fürchtet dich, Rainer Das wird es du nutzen Hier, Robert Halt mich mal ein bisschen zurück, ne Halt mich mal ein bisschen Er sollte ja auch spielen können Was soll das anheißen? Würdest du sagen, dass ich schlecht bin? Nein Nein, du nicht Ich gehöre nicht zu dem Teil der Toxation Community Was ist los, der Riech? Ich bin dieser seltener Mensch, der High-Elo ist und trotzdem Aufschneiden? Ist der schon hochgekommen? Ja, dann guck mal bitte Boah, ich muss Käse aufschneiden Okay Ach, Käse aufschneiden Mh D D Och Mann, ey Ich habe bis jetzt noch nicht einen Gegner gesehen Vielleicht ist es auch besser so, dann habe ich wenigstens eine gute KD Oh mein Gott Oh mein Gott Aber aufschneiden dunkle Ja, die laufen immer in Spawn, safe Doch nicht Ich brauch Kahl Okay, Käse Arschloch Nee, komm, nimm dir den den Fluss Ich muss, ich muss, ich muss Käse auf Ist der hochgekommen? Was ist denn Käse denn? Der musst du mal den Ofen aufmachen und gucken, ob er hochgekommen ist Ofenkäse ist das Oh ey, Leute, ich glaub, warte mal Ach, die, eine Runde, ne? Warte mal, ich komm gleich Ja, alles gut Ich kann nicht mal meine Special-Fähigkeiten machen Ich weiß gar nicht mehr, wie die gehen Die stehen noch unten Das, das, äh, bringt mir trotzdem nichts Wenn du F1 gedrückt hätt, siehst du auch, was sie tun Nee, das hilft mir auch nicht Ich bin da Ja, das hilft mir auch nicht, kann ich nicht so schnell lesen Ach, lol Was genau? Da ist keiner Ist das keiner auf A? Keiner auf B aktuell Das ist ja Quatsch, die kommen ja eher von oben, ne? Die sind auf A drauf? Ja Spide platziert Links Oh Ein Gegner übrig Was denn? Ey, willst du mich rollen, Alter? Was in der Phase? Keine Chance War das ein Ace? Ja Zweite schon jetzt Alter Fick du meinen Arsch los? Das war besorgniserregend, Trainer Ich hab nur festgestellt, dass keiner von uns auf A steht und hör auf alle Leute A steppen Dann sagst du so, okay, dann muss ich's halt alleine machen Ja, da hast du recht Okay, ich bin, äh, Mitte, ich mach B zu Brauchst du nicht? Brauchst du nicht? Ich mach B zu Mhm Ja Ich mach B und Mitte zu Okay, mach das Ich bin überall Aber, äh, du hättest ruhig auf B bleiben können, aber ist okay Ach Die Schatten bewegen sich Deckung unterwegs Muss ich mal ausprobieren Ein der Mitte Molly Keine Ladungen mehr Junge Äh Oh shit Spike in Mitte Ach man, ich muss nicht wo die herkommen Oh, ich bin ab Einfach keine Reaktion, ne? Muss ich schon mal sagen Alles Einer auf A Nee, B Einbereichert Mach hin Gegner bei B gesichtet Ja, super Hallo Oh Gott Du kleine Du hast deinen Meister gefunden Äh, den Meister? Ach ja, nur 17.1er, nix Soll ich mal auffahren? Nein Ja Ich bin da drungen Das war noch Peanut-Ziel Nein Es ist, es ist gerade mal eine gute Abwechslung Von Main-Accounts Ich wollte 22 Games of Main gespielt Also Irgendwann reicht's auch So Warte, ich komm auch Ja, warte Ich nehm Mitte So, jetzt mach ich mich ready Jetzt, jetzt geht's los B Oh, der Jet schießt mir 100 Filzen Habe ich je gegeben Nice, danke Ich bin euch auf der Spur Ach man ey, die sind einfach alle zu gut, Junge Äh, so will ich ne Rainer sehen Letzter Leben der Verbündeter Oh, Steffi ist wenigstens öfter gestorben Ich bin vierter Wow Du bist ja lieb ey Ja, ich bin ich letzter Ja, 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 rechte Seite Ja Ein Gegner über drei Seelen Die Alte ist irgendwo mit rein Ja, die Eko-Tiert wahrscheinlich Das ist halt wirklich 2 gegen 5, ne Die Eko-Alte, man kennt sie doch, ne Die Sky Oh, wirklich 2 gegen 5, was wir gerade machen Noch 30 Sekunden Spike platziert Hilla hat erst 6 Kills, ehrlich Was heißt denn hier erst, Alter 20 zu senken Oh, wolltest du sie one-tappen, oder? Ich hab'n Stück zu niedrig geämpft Schade Kann ein bisschen Spaß fürs Sein Ey, hast du, hast du ne Wendel für mich? Ja, klar Ja, kriegst du wieder Kann ich droppen? Oh ne, hä? Frag an, ne? Hä? Brauchen Beute Hä? Ja, hier Jetzt droppen Ich hab'n ihr die gerade gedroppt Hä? Achso Ich seh' nicht euch Ich seh' nicht Hä? Ja, nur ist gut Jetzt ist er komplett durcheinander Wie dropp ich das denn? Ihr habt ihr beide Mit E Ich hab' euch die beiden dropp gekloppt Da ist wer auf A Ausgeräuchert Ja, die war lost Ja, die haben den Spike mitgenommen Die kommt zu euch Was heißt für euch? Ja, hinter mir Hier in A-Main steht noch einer Eine, Sky ist B durch Was sollte der letzte gewesen sein Doch ist gar nicht Ein Gegner übrig Spike in B Ich bin wirklich der lost Das für Typ in diesem Spiel Noch 30 Sekunden Sie müssen kommen, ne? Es ist vorbei Nee, jetzt nicht Ich kann nicht Mein Schutz Wenn wir die Chance haben Stürmen wir, klar? Was denn? Ich kann mal aus Ich geh' mal zu B A Ich glaub' die kommen A Safe Ich bin B Ich bleib' mit dir B Erzittert Lauft Oh, ich hab' nichts gekauft Ich Idiot Okay, A zu Passiert nichts Mitte? Nee, das ist auch nichts Eventuell Mitte Na, what a look Stehle die Sicht Nee Check beschossen Alle Mitte Nehme ihnen die Sicht Okay Roman hat sich Ja, genau Oh mein Gott Da waren so viele Und ich hab' nichts getroffen Ja, alles gut Das kriegen wir hin Entspannung Oh Gott Easy Die zwei Du Du machst das Ich bin immer noch Nicht letzter Wow, danke Obwohl ich nicht Einen kill hab' Noch 30 sekunden Jeder fängt klein an Alles gut Klein, ey Ich bin schon Level 14 Hab' nichts gerallt hier Ich hab' bis Level 80 Oder so Nicht mal rank angefasst Das Game im Jahr gespielt Bevor ich das erste Mal Mich an rank überhaupt Herangetraut habe Ich war auch mal so Ich werde rank niemals spielen Weil ich zu alt König im Spiel bin Oh lol Was war das denn, Alter Meine Meine Reaktionen Sind Unterirdisch Zeig mir, wo ich hin soll Ich bin echt alt Opa Was soll ich denn sagen Ja, du bist jünger Toll, drei Monate Fünf Ja, fünf Fünf Jetzt wollen wir's aber genau wissen Genau, und Zeit Ey, äh Haben wir Ey, Sage Uhrzeit Kannst du mal hier B zumachen? Aber ich, ich porte mich Erst durch, okay? Äh, hallo? Sage? Okay Oh, gut Steffi Sie werden sich beugen Stellt euch eurer Angst Wow, hübsch Was auch immer das war Okay Okay Ich bin euch auf der Spur Ui Noch zwei, Mensch War das denn Was war das denn? Ja, da war ich halt nicht auf dem Kopf drauf Passiert Ich hab einen Letzter lebender Verbündeter Geil, ich hab einen Kill Oh Mann, was ist denn das? Hey Steffi, ich hab einen Kill Und du? Ach, Alter Wenn man schon schlecht ist Dann darf man wenigstens noch einen flähen Der noch schlechte Kommunikation Ist falsch Hey, komm Das letzte Mal war ich letzter Die Map ist auch nicht so geil Um sich als Omen durch die Gegend zu porten Ne, absolut nicht Valorant ist ein schweres Spiel Vor allen Dingen für Leute, die schon alt sind Oh mein Gott Würdest du jetzt sagen, dass ich alt bin? Äh, ja Ich glaube Nein Du gehörst auch schon Schon zur Kategorie Äh Ja Sag nichts Falsches 30 B Wollen wir Wo sind sie denn? Da Oh Mann Junge Die Wendel ist echt streuig, ne? Streuig Streuig Ich habe wirklich Was denn? Hä? Was passiert? Die sind voll eingekesselt gewesen Ja Warte Dann mache ich Millertime Ist mir auch egal Kennst du Millertime? Oh Gott Oh Gott Ja Da interessiert mich nichts Ich bin auch gut Mit der Odin Ich habe auch eben eine gekauft, Leute Besser Ja Hat sie gleich gedacht Aha Millertime Warte, ich mache hinten Ich mache hinten Mitte zu Und B Die Schatten bewegen sich Die Schatten bewegen sich Es wird B Nee Oder wart ihr das? Oh, oh, oh Mitte Ja, B ist einer Echt jetzt? Ach nee, ist was du Ach nee, ist was du, Robert Okay Die Jagd beginnt Ich mag das, ich spiele einfach nicht Ich bin auch schlecht Einfach weitermachen Oh, pass auf Jet hat, äh, ult Mann, ne Fresse Ich schieße die ganze Zeit auf ihn Ich treffe ihn einfach nicht Ja, es lief am Anfang so gut, ne? Ja, manche Manche machen das absichtlich Um gut aus Schlecht auszusehen Wollen sie am Ende Das ist völlig normal Es gibt so viele Äh, die Die am Anfang Dumm spielen Absichtlich Um ihnen am Ende zu zeigen Haha, wir haben euch ausgetrickst Wir sind doch gut Oh, lol Hm? Okay Letzte Runde vor dem So, das dann, komm Jetzt machen wir Okay Okay Äh, ach Kann einer Oh, nee, geht's gar nicht Ich brauche das Skedi Alles gut Okay, ich gebe eh Einfach anstrengen, ja? Ja, ja Ja, ich streng mich immer an Aber es bringt ja nichts Ähm, ähm ist halt nicht da Ähm ist halt nicht da Oh, Mann Nichts zu weit vorlaufen Nein, ich habe einen geholt Spike in Mitte Ein Gegner übrig Ha, 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 ha Seid Ha, 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 ha 34 Kills hat er Also, das sind Ja, das ist schon Seidenwechsel Äh, das ist schon Rady und Verdächtig Ja, das stimmt Ja, wir werden wenigstens Einem von uns So, wir werden Vierunddreißig Stück hat er So, was machen wir jetzt? Boah, Seitenwechsel Wir können Wir können nichts kaufen Wir gehen Nee, wir gehen auch Aber wir machen Kein Ton, okay? Silent Ja Shift drücken Ich habe keine Ahnung, was das ist Aber ich mache es Shift, Robert Als ob du läufst Zwei unter Tab Nee, das meine ich nicht Hä? Achso Was stehst du denn das rum? B? Er hat E gedrückt Er ist in seinem Smoke overlay gerade Genau Damit platzierst du deine Smokes Warte, ich fake Ich fake auf B, ja? Aber wir gehen A Ganz langsam Rauch ist raus Ruhe Nee, nee, nee Ich würde noch nicht reingehen Warten Warten, warten, warten Und kein Step Ich gehe vor Links ein Step Scheiße Rein, 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 rein Einer steht da hinter Ja, 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 alles gut Ah, hab ich Er ist runter 40 Nein Meine Fresse Der schießt nur zweimal Und ich bin tot Was soll denn der Müll? Letzter lebender Verbündeter Ach, schade 30 Kommt auf dich zu Ein Gegner üben Sehr schön Nein Hinter dir links Ruhe bewahren Ruhe bewahren Höher halten Höher halten Höher halten Glückwunsch, Debbie Höher halten Höher halten Höher halten So, ja, genau Nicht wieder tiefer Hallo Noch 30 Sekunden So, jetzt ruhig Vor Rein Ja Ins Gesicht Da Oh, knapp Ich hab doch gesagt Höher halten Du hast den Trotz in den Sack geschossen Da, wo ich ihn gehört Ihr müsst stehen bleiben beim Schießen Dann ist es auch genauer Hey, geht's jetzt, Steffi Zwei Kills In der Runde Tja, hol das mal ein Ja, das ist GZ, Junge Hä? Hol das mal ein Was heißt das denn? Also, great heißt das Also, pass auf Ich fake Ich fake jetzt Ah, weiß ich nicht Ah Schau mal hier Mitte ab Ja, aber dann wissen die Dass wir auf A gehen Dann laufen wir über Mitte auf B Dann gehen wir nachher selber Okay, ich bin hopp Ja Oh Gott, da sind ganz viele Ja, ja, ganz toll Ich bin weg Weiter A, 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 A Zurück, zurück Och, Mann Die sind alle zu gut Ich, ich kann das nicht Wir gehen auf B Über den Sporn Oh Gott, 120 Jet Oh, ich hab keinen Aim Und dann ist meine Reaktion Scheiße Oh Ja, die ist hinter der Wand Scotty Direkt hinter der Sage Wohl Komm mal auf dich zu Ein Stück höher Ja, so ist gut Oh Gott Sehen die Alte hier Oh, lol Ja, mit Spektra Alter Mit Wendel Wär das gut gewesen Nochmal in den Kampf Ich bin nicht müde Ihr etwa? Ja Ich bin müde, ja Ich auch Was in der Phase? Ah, scheiße Ach, komm Gehen wir groß rein Easy going Oh, aber du hast die, ne? 830 Euro Was hab ich? Ich flippe aus Warte, ich fake Was für eine Bombe? Wie kann ich die Bombe abwerfen? Jetzt musst du sie ablehnen Mit was? Hier und geh Hier und je Was? Ihr müsst die Bombe holen Ich werde beschossen Wie jetzt? Ja, ich werde Wir planten jetzt Oh Gott Ich kann nicht planten Ich weiß, wie das geht Spike in B Was steht denn? Hab ich jetzt Hab ich den jetzt gehabt? Ich hab nichts verstanden Mit B irgendwie Lol Alter Die sind alle links Alle links Mhm Ne, da ist nichts Ja, ich weiß Achso Wie? Oh Gott, ich hab ihn gerade gehört Verlässig aber hart auf den Geist von Rainer, ne? Ja Okay, ich geh rein mit kleinem Schild Und wir Macht ihr mal Terror auf B Ich geh alleine auf A, okay? Genau Ja, ja, mach mal Also wir sterben alle, nur du nicht Nein Ihr soll Terror machen Wer dann Miller jetzt den Run-Tab bekommt Er fällt jetzt direkt um Stehle diese Hast nichts Doch Okay Oh Gott Einer in Market Einer in Market Willst du mich verarsten? Er springt hoch und trifft mich instant Steht einer in Boathaus, ne? Also war irgendwo einer Nein Nein Nein, nein Links Treppe Treppe, Treppe Leute, ihr müsst irgendwie B drauf Müsst Miller helfen Ich plante B Rein da, rein da, rein da, rein da Ach, ich bin tot Oh, Moment Vorsicht hinten Rechts von dir, hinter dir Handy, Handy Ich war das nicht Du war schon tot Du hörst, du hörst das aber auch nicht, glaube ich Passt genau auf Vielleicht lernt ihr was Junge, ey, ist das belastend Oh Mann, ich weiß nicht, was hier eine Waffe ich nehmen soll Ich werde dieses Spiel niemals können Ich bin so langt Vielleicht mal an der Fintum Der kannst du ein bisschen mehr sprayen Ja, Phantom ist One-Tap, ist auch ganz cool Ne, Phantom ist kein One-Tap Achso, und du meinst wegen Spray Ja, die ist jetzt direkt auf Rändel Ja, genau, aber auch Headshot ist Phantom nur 140 Schlampe, was hat der denn gedacht Wer hier ist, oder? Gegner bei A gesichtet Sie werden sich beugen Sky in Mitte Ich bin euch auf der Spur Ja, die Schimmel Meine Fresse Ich krieg niemals die Chance, überhaupt jemanden zu töten Ich bin so schlecht, Mann Es kann nicht sein Du kommst um die Ecke Er steht schon da und tötet dich Du kannst nichts machen Nice Du bist doch ein kleines geiles Stück DNA, kann man sagen Ich werde den Respekt vor dem Alter beibringen Ne, ne, Spektrum, so, zack Ich brauche hier was zum Zaubern Das ist wichtig als Omen So, alle komplett A durch, oder was? Ja, komm Push jetzt einfach mal A runter Ich bin B Ich, 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 ich Drop A um Und vorne Ja, wirst du es nur sehen Ich werde auch mal einen Kill haben hier So, voll rein, voll rein Meine Ult ist bereit Nein Da ist zu, da ist zu Okay, ich gehe hier rüber Wunderbar Nicht wieder aufstehen Meine Ult ist bereit Ich mach zu Ich mach zu Ich hab zwei geholt Sage, kannst du wiederbelehen? Oh ne, da ist ja noch einer Da sind drei Direkt vor dir quasi Ich hab zwei geholt, aber da waren drei Warte Ein Gegner übrig Letzter lebender Verbündeter Ich wäre schön, wenn du mich eurem Namen mal nennst Ja, das wissen wir doch nicht, wenn du spielst Ja doch Sie ist die Sage Ja, Steph Ja S und Steffi Eure Leben sind so bedeutungslos Gebt sie doch einfach mir Nein, gehen wir nicht Da muss man sich dran gewöhnen Also, viele Leute sagen auch immer Ey, Omen, Omen, Omen Ist das so? Alter, ich heiße Müller Weißt du? Okay, jetzt B Ich fake auf A Ja, und wir gehen alle B Nehme ihn die Sicht Stehle die Sicht Hier ist zu Hm Wernt ihr hinter? So Ja Komm, links Hä? Von hinten, Junge Oh, von Ey, Mann, ey Was ist denn das? Ist hier Ich kann das einfach alles nicht mehr Kann ich nicht einfach 20 Jahre jünger sein, bitte? Äh, das eine hat nichts Oh, doch, das hat was damit zu tun Nee, nee Nein, das ist kein Üben Nein, das ist kein Üben Meine Reaktionszeit funktioniert nicht Du kannst keine Reaktionszeit üben Ja, Robert, weil du keine Spiele spielst mit Reaktionszeit Natürlich, ich spiele World of Tanks Ja Ja, das ist ja absolut Reaktionszeit Ich habe keine Reaktionszeit, es funktioniert nicht Ich kann alles, alles, was mit Ballern zu tun hat Schnell sein, das kann ich nicht Ja, aber du bist doch trotzdem die Letze Hä? Darum geht's doch gar nicht Es ist trotzdem scheiße, so schlecht zu sein Die Schatten bewegt Jetzt habe ich nicht mal eine Wasser genommen Oh Gott, es sind alle hier Okay Ich geh B Geh die Mitte kurz durch Oh, ich laufe hier einfach rein und lade nach Ich bin so ein Trottel, Alter 120 Jets Letzter Leben der Verbündeter Meine Ult ist bereit Das kannst du, Alter Ich laufe in den Doppelschuss, weil ich dumm bin Einsicht ist der erste Weg, weißt du noch Achso, Robert, ja, dann weißt du ja Bescheid Zwischen dem, was du gerade gesagt hast Kann ich hier, Robert, kannst du mir das bitte kaufen? Nee, ich muss mir selber eine Wendel kaufen Ja, kannst du denn trotzdem noch eine zweite kaufen, wenn es geht? Äh, kostet glaube ich nicht Ja, kann kosten Nee, geht nicht Geht nicht Ah, okay Das hier, geht das? Ja Danke sehr Danke Guti Okay, das dann Äh, da machen wir A fertig Wie, Alter, ich will das hier gewinnen Nicht gegen so eine Snobs, Alter Die haben Anfang nur so getan, als können sie nichts Nein, Quatsch Bitte, bitte Pass auf, die kommt spawned Der kommt spawned Oh Gott, da ganz oben drauf steht einer Oh, der hat mich ausgespawnt Pass auf, der kommt hinten Ars bohren Ja Hör zu langsam Gegner in der Mitte Gegner getötet Letzter lebender Verbündeter Ich bin der letzte Überlebende? Lol Ja, vergiss es Ja, ich glaube, die Die sind in der Mitte, Robert Guck mal nach links Ja Die sind da in der Mitte Rechts Oh Oh, das war natürlich Ja, falsch Falscher Klick Falscher Klick Falscher Klick Du Blende Lol Linke Seite, linke Seite Direkt links nehmen wir Nice Oh, man ist hinten links Der ist am, 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 am Spike Links von dir Links, 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 links Das ist doch links Ja, ja, da Und jetzt richtig links, denn Noch 30 Sekunden Er steht rechts oder links dahinter Boah Ja, sag ich doch rechts Das war hinter ihm Also Ja, ich sag ja rechts oder links Hallo, er hatte zwei Kills Und das sind die Stresssituationen Ja Muss man auch mal dazu sagen Okay Ja Das sind kurz anstrengend, ja Machen wir mal Ja, ich mach die Musik ja schon aus Das ist in Ordnung Ja, dann ist ja gut Guck mal hier Wenn ich hier stehe Dann weiß ich Ich will gewinnen Achso, okay Ja Dann zeig, dass du es zu gewinnen kannst Ja Ich kann gewinnen Jetzt Dann los Okay, gut Warte Lasst uns mal auf die warten Die pushen die ganze Zeit Ja Die sind hier Ja Mauer errichtet Ja Erbärmlich Gegner in der Mitte Volltreffer Ich kann mich porten, wenn ihr wollt Oh mein Gott, der stand direkt um die Ecke Ich gehe auf Oh Mann Ich kann einfach nicht helfen Ja Wen sagst du das? Wen sagst du das? Ein Gegner übrig Du warst oben, ne? Es ist nur ein Ha-Ha-Fun-Spiel Mehr ist das nicht Also wir werden uns hier definitiv nicht verbessern können Ja, Fortnite ist aber tausendmal besser Die war hinter dir Es ist aber kein Fortnite Warte mal Da bin ich wenigstens gut Die kommt hier, alles gut Darf ich, darf ich, darf ich? Ja, komm Oh, jetzt sagst du Wenn du möchtest So Jetzt sagst du Er tutet mich sonst gleich Schnappt ihn euch Ja, ich hab heute verfehlt, ne? 50 Killbinder hatte ich aber lange nicht mehr Oha Ja, das Das fickt richtig rein, Alter Wo war das sogar? Ne, ja Wo war das besser? Ist das Brilliant? Ne, Immortal 3 nur Aber Ey, das ist zu krass, Alter Wie geht das? Ich verstehe es nicht Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 24 Ja, okay Du bist doch Ja, du bist Also ich war von Episode 1 bis 5 Hartstag Platin 1 Dann habe ich Valentinstag 2020 rausgefunden, dass meine damalige Freundin mir fremdgegangen ist Mit meinem besten Freund Und dann habe ich 16 Stunden Welle unter dem Tag gespielt Oha Ja, die sind Mitte Alle Mitte Geht auf A Geht auf A Geht auf A Die sind alle Mitte Robert, platzieren Robert, du hast den Spike Oh mein Gott Wie mache ich das? Mit V Mit E E, F, irgendwas Mit 4 gedrückt halten, meine ich F4 F4 gedrückt Ne, geht nicht Ich bin tot Hast du lange gedauert Ey Wieso habe ich den Spike, Mann? Wenn du da drüberläufst Oh, ich wollte den Spike nicht haben, Mann Letzter Leben der Verbündete Oh, nein Schade Ich kann mit dem Spike nicht umgehen Ich weiß noch nicht mal, wie das funktioniert Wir nehmen ihn doch nicht auf Ja, ey, wusste ich nicht Ich habe es nicht gesehen Ja, ist doch gut Ich glaube, 4 und schießen, ne? Kann das sein? Ja, anscheinend nicht Ja, bei mir ist es auf Maustaste Keine Ahnung, weiß ich nicht Keine Ahnung, wie man den Spike nimmt Macht euch bereit Ja, neben tust du sie nimmer Ihr hättet mir aber auch vorher Bescheid sagen können, dass ich den Spike habe Ihr habt das doch gesehen Das siehst du doch Nee, ich sehe das nicht Ich sehe das nicht Und außerdem sagt er Wir haben den Spike Ja, ehrlich Ja, hab ich nicht gemerkt Am besten nimmst du dir die nächste Runde nicht bei Okay, machen wir A oder B Ich will das Ding nicht aufpassen Ist Anvisieren jetzt gut oder ist es nicht gut? Mit welcher Waffe? Ähm Gute Frage Gut Mitte brauchen wir schon mal nicht Oh shit Ich komme hier nicht durch Och man, die Tür ist gesperrt Ich glaube, ich muss auch mal gedrückt halten, ne? Ein Gegner übrig B B Oh, ist links über mir Oder bist du das? Nee Kannst du auch nicht, komm B Oh, Alter Das war knapp Ja Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass das Game noch so anstrengend wird Ja, am Anfang waren die echt schlecht Oder beziehungsweise haben mit uns gespielt Ja, ziemlich Aber spielen kann ich auch Ich glaube, das ist sogar meine highest Killzone, die ich jemals hatte Ja, wenn man mit Loops spielt Also, einigen muss man jetzt hier wirklich nicht Nein, alles gut Also wirklich, das geht absolut verhandelt Ich bin Level 12, Mensch Hm Ich hatte auch noch nie so viele Kills Acht Stück Von 10 auf 12 bin ich hoch Ich bin von 14 auf 15 Aber jetzt auch seit fast genau vier Jahren tagtäglich, ne? Boah Ja, dann müssen wir ja da mal rein Irgendwie so ein bisschen Wir fangen ja jetzt quasi erst an, ne? Ja, definitiv Das ist, glaube ich, das fünfte Mal jetzt gerade Ja, machen wir noch ein vierte Mal oder so Hm Also ohne Scheiß, würde ich jetzt Fortnite spielen Dann bin ich wieder richtig gut Ach Gott Ja, und da bin ich zum Beispiel total verlebt Ja, aber auch mit Fortnite Ja, aber das muss auch mal gespielt werden Furchtbar, nein, werde ich niemals spielen Nein, doch Ach doch, da werde ich auch für Das können 13-Jährige spielen, aber nicht ich Ich gehe kurz an eine Ballein Und dann will ich gleich wieder Ja, du kannst das schon bereit drücken Das dauert doch eh eine Weile Oder nicht? Der ist schon weg Der ist schon weg, perfekt Möller Möller Er sagt auch, ich bin jetzt weg Und dann schmeißt er sich fort Alles weg, ne? Er reagiert Er will nicht mal, dass jemand reagiert Er ist direkt Und dann wundert er sich immer Hä, wieso sind sie jetzt alle weggekommen? Ja, ja Oh, ich brauche noch was zu trinken Ich bin weg Ja, ich bin morgen Ich brauche noch was zu trinken Ich bin weg Oh, Mann Chords Mute Wieder da Was? Das war ein Insider Chords Mute Wieder da Oh Das hat Monte immer gemacht Der hat sich immer gemutet Vor Regina Chords Mute macht er Und dann hat er richtig einen Abgebrettet Und dann sagt er kurz danach Wieder da Das macht er immer nur bei Frauen Furzen will er dann nie zeigen Also hören Das sieht man ja auch eh in Stream Ja, aber Er macht das nicht direkt vor die Frau Verstehst du? Ach, muss raus Muss raus Ja, was keine Miete zahlt Meine Furze hört man leider nicht Von Furze oder Furze? Fütze Fütze Fütze, ja Fütze Das ist die kleine Mehr Die geringe Zahl Von Furze Die Einzahl Weißt du, wie laut ich eigentlich bin? Und Lisa schläft eigentlich Das kann ich mir gar nicht vorstellen Wenn Lisa schläft, dann schläft sie Na, die hatte heute Eine Schicht Eine sehr anstrengige Schicht Ich muss die ganze Zeit schon pinkeln Aber ich halte die ganze Zeit an Dann geh doch Die sind doch gerade rauchen Die? Er Ja, ja Wir sind alle Nichtraucher Ich bin auch rauchen Aber ich habe kabellosen Rätsel Ich habe euch einfach mitgenommen Achso Perfekt Bist du auf dem Balkon rauchen? Ja Ich rauche in der Wohnung Nicht, meine Mutter schlägt mich Sehr gut Nö, das ist ein vernünftiger Ich würde ja auch gerne Auf dem Balkon rauchen Aber ich habe keinen Außerdem rauche ich Ich rauche auch gar nicht mehr Wie lol Ich habe immer eine Küche geraucht Am Ende hin Und dann habe ich komplett aufgehört Mach nach Ich habe ganz gar nicht geraucht Und noch nicht mal probiert Höh Höh Ja Aber ich glaube Ich habe mehr von Leuten Respekt Die jahrelang nicht mehr rauchen Als die Die noch nie geraucht haben Ich finde respektvoll Muss man die Sagen Die aufgehört haben zu rauchen Die die noch nie geraucht haben Wissen ja gar nicht Wie das ist So eine Sucht zu haben Dann hat man eine Schokoladensucht Ja die musst du auch Unter Kontrolle kriegen Richtig Also hast du vor uns Kein Respekt Richtig Vor Schokolade? Nee Für uns ist Rauchen Schokolade Nein Doch Das ist genau so eine Sucht Schokolade Ich würde rauchen Angst vor Diabetes Wenn ich es bekomme Dann bekomme ich es Dann darfst du gar nicht Zum Ersten tatsächlich Also viel Also wenig Also noch Bin ich in den Alter Wo ich es nicht Noch nicht habe Oh aber du bist doch so süß Aber Lisa muss jetzt übrigens Darauf achten was sie ist Ist ja eine Schulddrüse Ist Milla noch auf Toilette gegangen? Weil das dauert dann Fünf Minuten länger Ich muss leider Ich kann nicht mehr anhalten Ja dann geh Wenn Milla jetzt noch Auf Klo gegangen ist Haben wir noch zehn Minuten Zeit Weil der hat eine Ewig lange Leitung Oder er geht kurz Mit dem Hund Das kann Nee Das sagt er vorher Nee Obwohl es ist schon Null Uhr Der war schon Ja Aber normalerweise Wenn er sagt Er geht kurz rauchen Dann dauert das Eigentlich nur zwei Minuten Weil die inhaliert Er ja ruckzuck weg Also ist er noch Auf Klo gegangen Bestimmt Hätte er aber was sagen können Weil wir warten hier Kennst du auch Milla Weil er macht einfach Ich habe hier seine Zigaretten Die hat er beim Beim Pokern vergessen Ich könnte jetzt eine rauchen gehen Klaus den Zigaretten Ja da sind noch drei Viertel Zigaretten Dann drin von seine Palmei Leon hat jetzt Eine komische Angewohnheit In der Küche Das Licht anzulassen Das kenne ich Das hat Oma immer Die lässt im Bad Immer Licht an Und die wundert sich Warum sie so eine Stromrechnung hat Was sieht mich jemand Äh du bist doch Du bist doch selber Physiotherapeutin Jetzt hier würde ich es tun Kannst dich doch selber Kannst dich doch selber massieren Oder nicht Ja genau Komm auch hinten an Auf Arbeit hatte ich das Letztens Da habe ich eine Arbeitskollegin Die Schulter kurz massiert Und sie so Oh geil Und sie so Oh nicht da Nicht da machen Nicht da machen Ich so Wieso tut weh Sie so Ja Tut weh Ich so Ja ich werde immer die Knoten Oh nicht schön massiert Und sie Auf Arbeit massiert werden Das ist auch gut Ja Sie hat die ganze Zeit Die Brötchen belegt Und ich massiere sie Ich bestelle bei mir auch Eine gute Massage Skady Was kostet eine Stunde bei dir Eine Stunde Ja klar Eine Stunde Such dir was aus Franzi Such dir was aus Privat oder auf Arbeit Privat natürlich Oha Dann nochmal doppelt so teuer Also auf Arbeit Crazy Auf Arbeit Auf Arbeit kriegst du doch eh Deinen Stundenlohn Da brauchst du das doch gar nicht Du brauchst doch nichts Na auf Arbeit Wenn du zu uns kommst Und das bezahlst Wirst du bist schon bei 75 Euro 75 Euro Da stirbt man ja bald Seit Stunden Was sehen wir Verlangen Wenn wir rausfahren Und ich bin ITler Wir sind eh schon Überbezahlt Für das Was wir eigentlich nur tun Na Mille Warst du nebenbei Noch kacken Äh ne Pollern Ja wusste mir Wir wussten Die lange Leitung Die lange Leitung Ja Man kennt ihn doch Man kennt ihn Manchmal habe ich das Gefühl Das kommt bei dir nur Tröpfchenweise raus Ne Wieso überlegst du überhaupt Wie das abläuft Ja weil Mille Immer 5 Minuten braucht Auf Toilette Nicht Ich war ja vorher Auch noch rauchen Ja du warst trotzdem Jetzt mindestens 8 Minuten weg Musst den Timer laufen lassen Ja Ich hab mein Stream laufen Da seh ich die Uhrzeit Muss ich mich jetzt Hart beeilen Nur weil wir In Valorant sind Ja du hast gesagt Du gehst nur rauchen Äh ja Und dann nebenbei Hab ich gemerkt So Oh Hättest du ja sagen können Oh Ne Äh doch Oh nein Muss ich jetzt auch Einen Lebenslauf Ablegen Nein Aber uns Kurz bescheiden Hey Ich geh noch kurz pissen Äh Komm Das ist easy Ich smoke die Scheiße ab Und dann wissen sie nicht mal Was sie machen sollen Ja ne Auf der Map Also ich hab legit Einer 100% Lose Rate Auf der Map Auf meinem Main Account Ich hab noch kein Game gewonnen Auf Sunset Ja dann ist Einmal ist das immer Das erste Mal Weißt du doch Dann wieder raus Dann lass es raus hier Man quittet Wird mal gesperrt Ne Das ist doch gut Iron 1 Iron 1 Iron 3 Bronze 2 Und unranked Ach komm Easy Die pushen nur Hä Warum sieht man Warum sieht man Bei Einige Dass Dass sie Level haben Und die anderen haben Kein Level Man kann das Level ausblenden Ach Ja das muss ich auch Habe ich ja auch Komplett Stimmt Ja aber wir haben es Ingame gesehen Eben gerade noch 89 oder 84 Was er ist Steffi Ja Also mein 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 Ich wollte nur bis auf Das ist ja schon Ein wenig bedrohlich Der von Miller Omen Und der alle schwarzen Richtiger Bösewicht Ja Wo ist deine Katze Das ist richtig Steppe die hier gerade Warum dauert das so lange Tick tack Tick tack Dem Omen Den drücke ich richtig An reiner Seite Endlich sagt es mal jemand Wir sind Angreifer Ich nehme den Spiken nicht Der Omen ist wahrscheinlich So bescheuert Der macht das so geil Dass er mich supportet Als Omen Ich glaube hier besupportet Gar keiner Ja Ich glaube ich auch Wenn der bläst Wenn der Omen bläst Dann blas sie zurück Die Enemy Sage Is disconnected Deswegen Hat es so lange gedauert Das ist ja unfair Jetzt ist ein Bot Der Gegner Team Oder was Ne Steht einfach Afk im Spawn Und nach der nächsten Runde Wenn sie die komplette Runde Afk spawnt sie In der zweiten Runde Einfach nicht mehr LOL Wie doof Das ist aber auch unfair Ne Ja Aber es gibt noch Keine Bot KI Von heute Das haben sie Vervalent noch nicht erfunden Warum eigentlich nicht Vielleicht Weiß ich nicht Wegen A Ja Weil man ihn nicht steuern kann Weil man nicht sagen kann Geh zu B A oder B Ich brauch ein Call A oder B Meine Fresse Ich bin so schlecht Es sind alle A Ich hab aus Versehen geschossen Ich hab einen bekommen Hinten 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 B Omen ist auch noch Letzter Leben der Verbündeten Und rein da jetzt Rein da jetzt Was geht die Naja Wir kämpfen ja nur gegen vier Versteck dich Versteck dich Ist noch einer Oh oh Ne Nicht laufen Der Weg 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 Schafft er eh nicht mehr Schafft er eh nicht mehr Mach Tor auf weg Ist egal Ist egal Classic saven Muss man eh nicht Warum tötet ihn die Bombe noch Ja weil er Weil er dumm war Okay ich geh nochmal rein Mit Dings Mit Blender Und äh Groß ne Also ne Robert Lass das Was Mach das weg Das brauchst du nicht Warum Bar Bar einfach Warum ey Ich sterb einfach nicht Dann hab ich sie Mach Schild Mach das weg Mach Schild Geht nicht Hab kein Geld mehr Doch rechtsklick Ach man Robert Das bringt sowieso nicht Mir was zu erklären In diesem Spiel Ich will einfach spielen Okay ich geh auf A Ja ich seh schon Alles gut Lass uns mal A gehen Ach Gottes Willen So gut sind sie aber nicht Ja die sind ja auch nur zu viel Aber hä Sind das Die sind wieder zu fünft Der ist wieder da Lol Ja das war's denn wohl Ich hab den Ich hab den Spike nicht Lol Ja ich hab den Hier liegt noch ein Aspect Brauch ich mich Für dich Danke Ich wurde erwischt Wow So gut Komm Fenix geht Waffe hier Ja ich komm Ah ich hab immer daneben geschossen Ein Gegner übrig Hier liegt noch so eine Phantom Ja bringt nichts mehr Alles gut Was ich nicht verstehe Du spielst seit vier Vier Jahren Valorant Aber hast Und diese Map Noch nie gewonnen Ja Das macht ja Die Map Aber auch erst Anderthalb Jahre Achso Ja trotzdem Du spielst jeden Tag Das liegt aber auch An den Calls Robert Aber jetzt wirst du das erste Mal gewinnen Mit uns Wahrscheinlich Hey mach kein Auge jetzt Ich mach Auge Ich kann's halt wirklich Auch bestätigen Ich habe Also ich spiel ja auf dem Main-Account Nur Competitive Ich spiel ja kein Unmelted Oder so Und im Comp Hab ich noch kein Match Auf dieser Map gewonnen Stehle die Sicht Robert du hast den Spike Du musst einmal 4 und dann D drücken P und B G P und G Ja jetzt hab ich ihn Sie haben deine Mauer gebaut Oh die sind hier So auf die sind da vorne Meine Fresse Wieso stirbt der nicht Hä Alter Ich bin so gut wie tot Ja der ist Mitte Der kommt hinten irgendwo Oh Gott der steht da Oh no Du musst das Tor einmal richten Ist egal Ist schon erledigt Hat sich schon alles erledigt Was dachten die was das hier ist Eine Gossenschlägerei Eine Gossenschlägerei Was ist denn das wieder für ein Spruch Junge was für Spiele Warum krieg ich das bei Gansch wieder Weil du reingelaufen bist Weil alle dran vorbeigelaufen sind Absichtlich Absichtlich Okay Geht ihm mal Geht ihm mal B Ich gehe Ja Okay Macht sie fertig Okay Gut Hört mich bisschen im Hintergrund Die sind da Ja mach mal Terror da Nachladen Nachladen Keine Ahnung wo die ist Meine Fresse ich treffe aber auch gar nicht Äh Lol Er hat wieder einen Ass gemacht Und auf diese Runde Diesen Level hat er noch nie einen Ass geschafft Wichtig Einmal ist immer das erste Mal Sag ich ja Schlecht hier ist das connected Debbie Ne oder Debbie Doch doch Ja Internet weg vielleicht Ja es kann sein Kann man wieder reinkommen Ja Man lädt einfach wieder rein Okay Na noch ist sie in Discord ne Ja Ja Aber ich denke mal dass der Router gerade neue IP-Adresse gezogen hat Naja es kann sein Die Schattenbewegnisse Spielen 20 Stunden Oh der steht direkt da und weiß dass ich komme Spike in May Stehle die Sicht Ja jetzt reden sie auf Jetzt reden sie auf Sie werden mich beugen Oh dieses Gefühl Schluss jetzt Wo ist unser Spike Hallo Skady Oh nein Oh ist sie wieder Oh sie hat mich Pass auf Skady Nice Sie ist mir voll ins Live gesprungen Alle tief durchatmen Ich nehme das nicht nochmal Hast du hast du hast du eine Bändel für mich Das dann Ja doch du hast noch mehr Steffi ist wieder da Steffi ist wieder da Dann kaufst du mir Steffi hattest du Disconnect? Hm Ja ok Robert wenn du Rechtsklick auf die Waffe machst kannst du anfragen wir haben alle Geld wir können dir auch kaufen Ich habe auch Geld Ja dann kannst du aber kein Schild kaufen Beziehungsweise nur Light Shield Ja das reicht doch Ich sterbe sowieso Ja Oh Gott Das habe ich gespielt wie ein Bot Ihr macht das schon Der ist da oben ne Wir haben den Spike hier Oh er war auf der anderen Seite Sieh ich habe den Spike Ja du kannst B kommen Er hat den Spike geholt Das Ding ist ober Letzter Leben der Verbündete Jetzt drehen sie auf Alles wird gut das nichts machen Jetzt drehen sie auf Genau wie letzte Runde Genau wie letzte Runde Alles gut wir machen das noch Ne 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 das ist vorbei Game over Keine Hoffnung mehr für uns Deckung unterwegs Jetzt muss Miller schon ein Ace machen sonst ist das Ding hier gegessen Was ist denn das? Ein Ace bedeutet alle 5 Kills Lass los Ah Da war noch einer Warum habe ich nachgeladen ich Dummkopf Ich wollte gerade fragen Miller hat die Nachladekrankheit? Oh ja Das ist halt so Diese COD Krankheit Ah ja Kennst du das Oh man So ne Kacke und der steht ja da Oh nein Also ich hatte lange Zeit Crouch und Reload anbeindet Damit ich gelernt habe nicht ständig zu crouchen und mich nachzuladen Ja das glaube ich Ich habe das Problem auch Ich lade auch oft nach wo es eigentlich gar nicht nötig ist Und ich lade nie nach Ja und es gibt auch diese Valorant Krankheit Dazwischen allem immer zu switchen ne Ja Oh Oh er steht direkt um die Ecke Ich kann nichts machen Die Schatten bewegen sich Sage hat hier gerollt Stehle die Sicht Nehme ihm die Sicht Oh Liebling Stehle die Sicht Ja das wird ne Nullrunde Oh zwei Zwei in der Mitte Ungeziehbar Ein Gegner übrig Vier tot Meine Ult ist bereit Letzter Leben der Verbündeten Hinter mir pass auf B Nice Der hat schon wieder ein Ass Nice Alter Alle Waffe ist leer Ich darf nicht lange fort bleiben Beenden wir das schnell Kann ich Wendel von dir? Bitte Natürlich Du läufst immer so schnell weg Alter Danke Kauf einfach Hä? Was? Was willst du haben? Ich hab alles gut Achso Ja für die anderen Ich hatte noch 8 KM Also wenn Sonderwerwer haben will Wir haben ein Bild über Anscheinend nicht Lol Nö Ich bin glücklich Wenn hier noch jemanden killen kann Dann ist es noch besser Ja Ich hab null Dunkelheit Lass los Meine Ult ist bereit A Hinter mir Pass auf oben B Die sind alle Mitte Mitte oben Oh er steht wieder um die Ecke Ein bisschen eine scheiß One-Shot Waffe Ja du bist auch bei dem im Spawn Was willst du für Ja aber die immer Nein One-Shot 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 Weil die alle tausend mal besseres Eben haben Rechts hinten Ja 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 Ich piss mein Arsch voll Leute Weg Wir können gehen Ja Miller Einfach noch besser werden Das wird knapp Das Ja Er ist wirklich gut Ja Er ist ja auch Gefühlt zehn Jahre jünger ne Ne mehr Ach 13 Jahre Jetzt packst du doch diese jüngere Karte aus Ja Hallo Guck mal Ich hab's verstanden Alles klar Du hast den Spike Mein alter ist aber weiter fortgeschritten als deiner Ich hab mehr graue Haare wie du Achso Du hast den Spike Du hast den Spike Probert Gib den Spike her Oh nein Geh den Spike her Viel und geh Viel und geh Hat er Alles gut Ich hab ihn nicht Nehmen die Müll Kannst du mal halten halten wir halten den Müll Hey Nicht steppen Ich steppe wann ich will Dann hören sie dich selber Ah scheiße aus Total egal ich hab grad gesmoked pass auf rechts von dir ja die ist in der smoke und bei noch musik hören ich weiß doch noch ein kaffee ist das problem ich mache immer mein kopfhörer weg in der seite und dann habe ich natürlich nicht von wo die kommen natürlich sonst schwierig bleibt bei meinem stempeck dann machen wir sie platt dass sie auf dass sie das sind ja auch ein sehr gutes spiel ich hab da ich hab dann kuppel der heißt dass sie immer bei bei rocket league oder dass sie ja hat mich so ab was keine waffe gekauft ich bin ja blöd wie gut du bist alter ich habe zwei geholt hat die outlaw wieder ich habe den call bekommen und ich habe die wohl gehört ein gegner und warum sind sie bei dir alle so rot es ist dann holt schön als ob die sind nur batterien und ich muss mich aufladen ich habe die ganze zeit ihnen zugeguckt ne ich denke mir die ganze zeit wie ich spiele das ist einfach ein anderes spiel entschuldigt ne ult achso ne ne dings wendel könnte ich noch vertragen du bist auch ein schnurrer ja wenn man das geld hat dann kann man noch mal auf dem account hat mich der skin sieben euro gekostet da konnte ich nicht nein sagen nehmt in die sich der ist mit einem türkischen vpn erstellt ich zahle halt irgendwie für 3200 welle in punkte knapp 13 euro oder so ach meine fresse immer von hinten ich weiß weiß was ich mache ich konnte mich einfach jetzt habe ich ein einzigen zehnmal gestorben jede runde gestorben was ist denn der ping keine ahnung wieso ping? ping ist quasi die dauer die lange ist von deinem pc bis zum valance server drauf pass auf die ist am spot lol dann habe ich ja sogar einen besseren testen ping von uns links ja hau ab also ich habe 27er ping letzter lebender verbündeter bei mir steht 36 bei dir echt? macht ja gar keinen sinn da habe ich 25, 26 alter sie haben nicht einmal gewonnen lol warum schreien mich nicht überhaupt zu haben? doch die haben einmal gewonnen einmal haben sie ja am anfang gekillt wurde durch nur einen tipp ja das ist das erste mal dass du gewinnst wahrscheinlich ne? ja glückwunsch mit noobs ja ja wenn man wenn man noobs hat und wenn ja eigentlich macht er die runde hier gerade alleine mit weg natürlich ja natürlich jetzt fehlt nur noch paul dann brauchen wir gar nichts mehr machen ist so ist so aber dann müsste jemand von uns aufhören ja das werde ich wohl sein das schlechteste von uns ach quatsch oh tot meine ulti ist bereit ups ich sollte nach der runde nach meinen higher bits gehen ich treff nichts weil ich scheiße bin was hab ich denn da gemacht aha wow ich hab den fehler in meinen settings gefunden aha ich eh das don't auto equip melee oh mein god ich stand gerade auf einmal mit einem knife vor dem server oh huch es gibt ja in den einstellungen die möglichkeit das zu aktivieren dass du nach dem dismiss und so nicht automatisch zum knife greifst sondern immer zu deiner stärksten waffe oh ja die spielen mit uns die spielen mit uns ach da wird nichts gespielt doch die spielen mit uns die haben die haben die haben eben gewippt bei alle drei achso du meinst ja und die haben alle drei gewinnt die freuen sich ich glaube ich glaube die spielen mit uns soll ich dir mal zeigen wie die sich freuen robert ich glaube die nächsten zehn runden werden wir verlieren du ich blow denen alles ab das ist mir doch egal pass auf ich blow bei äh das denn ab das ist mir doch egal und die blow mit der ab und dann gehen wir einfach rein was denn oben der kriegt ja gar nichts ab ja ich smoke einfach alles zu und dann müssen die da durch und dann verlieren sie die Achtung ja sie stehen halt legit alle da oben und haben gewartet das hast du so toll gemacht ehrlich ja ihr macht das schon oh man omen ist weg was wird das robert guckst du dir da die safari an oder wird gut von mir schaut sich die map ein bisschen an die sind rechts von dir ja da sind sie ja schieß auf den genau auch gut gut ok ja ich sag ja jetzt ist vorbei ja alles gut ne 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 die haben uns gespielt ich hab gesehen wie die gewippt haben ach ja wenn ich so mach was weil ich so mach robert ja genau ach ach ich sitz mich auf dem spike weil ich mag es 30cm lol chat ja die haben bock die wurden gefickt in der mitte 74 kommt auf war der hat seine dreckige habe es jedoch gesagt es ist vorbei robert hoff auge zu machen alter ich habe es aber gewusst man es zehn drei bis zu mich wixen hat er was sind wir noch zwei schüsse in der waffe platziert und links von den waffen der lebende perfekt drück mal einmal e und rechts krieg dann haltest du dich selber die ab die wissen ihr jetzt guck rechts rechts links jetzt rechts hier im gang ja linke seite und hinter dir wahrscheinlich ist egal kommt das sind wir und dann abjacken okay ja ist okay kaum das machen wir auch mit groß und ich muss mich wieder ausrichten willst du da rein soll ich die blenden vorher pass auf kommen wir mit wir machen das mal so kommen mit ich ziehe meine brille gerade auf ja komm herz geht er rein ach du hast die ganze zeit ohne brille gespielt ich habe aber auch nur minus 0,5 und minus sind alle ein habe ich mitgenommen ohne brille bin ich tatsächlich bin ich auch wenn du wenn du 10 10 10 links und hier mit teils und ping oh mann die leute ich habe angst jetzt genau da vorne hier ist noch wer muss da vorne die schlampe ist auch links von dir ja komm jetzt einer rechts und einer links von dir ruhig höher höher ja ja das ist gut immer auf brusthöhe ja du musst nachladen das problem kenne ich die machte nichts das war gut gemacht sobald meine rauchwolken dem gegner die sicht versperren laufen wir los muss man das eine hier gönnen geht das frage nur ich will auch das wir haben alle klingelt müssen eine runde sparen am besten okay ja ich bin schon die dritte runde der spektraut da hat gar keinen bock willst du sonst meine haben nee also welche putzt sie richtig runter die wendel glaube ich oh ja oh ja hast du nein nee du hast die aufgehoben glaube ich wieder nee das war egal ich habe trotzdem eine spektraut nee ich habe eine phantom ach so oh A ist A ist frei nein ist es nicht was ist denn da steht ja der wichsfrosch oh man oh der ist ja zwei auf einmal oh mein der rote ist wieder bereit ich kreffe aber auch nichts weil man ebenso scheiße ist es ist auch schon spät ne nein das hat damit nichts zu tun mein aim ist scheiße ich habe einfach keine leeren kurve bei diesem spiel ich habe keine leeren kurve schnell sein nee das bringt nichts ich habe keine leeren kurve wir spielen besser als team oder äh wie lautet der plan wir haben jetzt fünf runden hintereinander verloren ja ist doch nicht schlimm ja es knackt aber am kopf ja na und wir sind immer noch 10-6 in führung hä das müssen die doch erstmal schaffen ähm sehr viel passiert hier über den mantis state wenn die gegner in deinen kopf kommen ist vorbei ja ja ist schon passiert glaube ich bei mir ich habe eine ult bereit ja mach mal oh gott 10 apm lass den himmel leuchten ach alter mit seiner drecksniper man ich will nicht dass er mehr kills hat wie ich hat die ult was gebracht nö pass auf die sind alle da ja genau hinter mir und hin ja passiert die back der uns alter ficken pass auf dann bleiben wir jetzt wir bleiben jetzt einfach hinten und warten bis die peter kommen und ich komme mit das ist mir doch egal es ist mir doch egal wenn die b kommen und uns die becken dann fick ich die in den arsch das ist mir doch egal jetzt ist jetzt geht es los hier ja easy going da wird abgebloat da wird abgebloat ist mir doch egal und dann wird da reingehalten was auch wir haben niemanden auf an ist stimmt ich komme eb moment warte ich blow her ab aufgepasst monster ist los ach du steppst hier rum ja ja ich bin jetzt hier ist aber keiner boah hier ist keiner sagte er und es rief nach der spunde tot sie werden sich beugen 114 oh nein er ist weg peffi du redest gar nicht mehr letzter leben der verbündete hat sie gehört die schlampe oh sorry ihr werdet meine verbündeten nicht töten noch noch 30 sekunden lady du schaffst das ich glaube an dich genau ja was wo liegt ihr hier liegt einer von uns in der smoke keine ladungen übrig ja ein stück weiter für kurze zeit war ich frei hier seite hier ist ein alles gut der spannung ich guck rechts oh da oben gerade aber gut gemacht naja wir haben so eine beschissene Outlaw ne diese Pisse alter mit dieser hopping ping ja ok dann gehe ich halt rein ist mir egal oder kann mir einer äh weh ich brauche das ja mir fehlt noch was achso ne dann willst du mir die Wendel gönnen oder aus lady ähm warte danke sehr aber du hast dir kein Schild gekauft ne nö hab ich jetzt verkauft um dir die Waffe zu kaufen ne sie hatte doch noch hä du hattest doch 3 7 ne das kostet 2 9 äh ja hier drücken und dann links b b b b b hier genau so die Schlampe die kommt immer rausgerannt wenn der Wichser seine scheiße da sporn oh mein Gott die sind hier zu zweit rechte Seite rechte Seite ja alles oh man ey ist doch nicht schlimm ähm äh jetzt bekommen wir wieder den Angriff und dann ist das Ding durch weißt du sie glauben Schmerz zu kennen sie haben überhaupt keine Ahnung so jetzt gibt es Miller Time das sag ich dir den fuck ich so rein das glaubst du gar nicht da geh ich durch die Mitte spawn mich da hinten durch oder oben rauf hinten durch und dann ist das Ding fertig ja pass auf du lachst ja sagst du so leicht ja ist so pass auf selbst arm wir sind hier zu viert in A oh man ich hatte meine oh ist er alter ich fick dich so hart ich fick euch alle mit meiner Odi ihr Wichser ich hab mich durchgespawnt hab ich gesagt von Smoke zu Smoke jetzt immer so knapp werden müssen ne was was die Games immer so knapp werden so wenn wir filmen so gut dann geht doch nichts mehr manchmal glaub ich dass äh Valorant sagt so ne das geht so nicht äh es muss immer knapp sein aber warte mal ich kann die ich kann die mal übel abfacken ich schick mal ne ne hier hier durch kein Ranked dafür sind wir zu schlecht also nicht wir alle 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 oh alle B alle B alle B zurück 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 hier gibt's kein Ranked hier wird es niemals Ranked geben glaube ich wir sind alle schon on the spot bye bye lol ah ja boom boom ah der der ist das ist auch so ein richtiger Drecksomen alter der von hinten aus agiert letzter Leben du musst dich mal beruhigen alles von hinter dir Steffi irgendwo dort ne also Valorant ist bei mir wie bei Rocket League Rocket League kann ich auch nicht ey also mich beruhigen ja aber das hilft nicht die zu beleidigen die höre dich eh nicht ne doch aufregen hilft im aufregen ich kenne mich mit schlecht sein aus aha ja ja ich auch wir können uns die Hände reichen das ist die letzte Runde als Verteidiger keine mhm nein nicht zwingend beim 12 beim 1212 würde es noch ne Overtime-Runde geben mit Seitenwechsel das ist aber auch ein bisschen fail oder sie werden sich beugen was bedeutet eigentlich das mit sie werden sich beugen hä die können mich sehen ich war in in den Rauch drin wie die Schieten Alter der mit seiner in der Mitte steht Odin äh Omen ja was links doch einer links wie krass dieses Spiel einfach ist es stand 10 zu 1 schön oh und das schmeckt natürlich jetzt ne in der Situation 50 14 Alter willst du meinen Arsch lecken lol was haben wir jetzt für Waffen er hat hier noch nie gewonnen er will hier gewinnen den lasse ich mir jetzt nicht nehmen er ganz bestimmt nicht das ist Attacke Alter wenn du das irgendwem erzählst 50 14 wir brauchen dich jetzt ne wir brauchen jetzt 60 von dir rank könnte man das gar nicht werten das wäre von Bronze auf Silber 3 oder so ne das wäre ein Standard plus 40 ich würde einfach wieder nur plus 40 bekommen wie immer auf dem Account ach die Schlampe ey ehrlich Mensch Miller Spike in B weniger Ragen mehr spielen ach Robert halt zum Maul oh diese Sage ich kotze schnell Eisen 3 lässt grüßen das ist besser als ich jemals war also wirklich das ist so mein Ernstfeind hier geworden dieses andere Sage ein Gegner übrig hier tot so jetzt liegt es an dir wir können jetzt gewinnen ne ich will ja keinen Druck machen das ist Phoenix der kann nichts der ist Vorletzer 13 17 hat er du hast 54 14 ja mach keinen Druck aber er hat leider den äh diesen äh diesen Fluch mit dieser Map naja er muss ja noch 30 Sekunden na 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 sag ihr nicht was mit Flüchen also Phoenix muss planten also von daher jawohl die beste Runde aller Zeiten Junge die Verteidiger gewinnen guckt euch das an Alter 55 Kills hat er das ist geisteskrank wie viel würdest du jetzt steigen mit Rainer musst du auch Kills machen Rainer ist halt einfach Aim based also Rainer funktioniert nur nur wenn du Aim hast der ganze Agent besteht daraus Kills zu machen ich hab keinen Aim also kann ich keinen Rainer spielen ich würd dann raus sein ja ich würd auch Feierabend machen ach so war ganz gut aber es ist auch gut wenn's mal zu Ende ist das ist natürlich nicht so gut ja es ist halt ich hätte gerne noch sonst ne Runde gemacht jetzt zu spät wir können Rocket League ja ne damit kannst du mich jagen ich spiel ich spiel nicht mal Fifa ich spiel erst recht nicht Fußball mit Autos also Rocket League ist ganz schnell umschalten im Kopf ne ja perfekt mit meinem Kopf mein Kopf kann gar nichts das ist nicht das das ist voll das ist voll das ist Übung Robert nein nein du musst deinen Kopf du musst deinen Kopf üben sonst Milla komm doch mal rein und dann machen wir hier schnelles Spiel hier mit diesen Waffentauschen denkst du ums da um Gottes Willen ne danke zum Abschluss komm schon ich so war eine schöne Runde naja Valorant hätte nicht sein müssen ich bin da halt sehr schlecht wir werden es wahrscheinlich ein paar Mal nochmal spielen aber das Ding ist over bei mir hier wird es niemals eine Verbesserung geben weil ich bin einfach zu schlecht zu alt für alles einfach nicht gut genug ich hab kein Aim ich hab kein